Mein lieber Matze, hier ist Paul. Happy Birthday, 200 Folgen Hotelmatze, herzlichen Glückwunsch und vor allem Danke. Und das will ich dir wirklich aus vollem Herzen sagen. Danke für diese sensationellen Gespräche. Danke für einfach wirklich große Inspiration. Und normalerweise würde man jetzt weitere Festreden machen und bei einem Fußballergeburtstag würde man jetzt Glückwünsche abspielen. Von 42 Leuten, die alle das Gleiche sagen. Deswegen höre ich jetzt auf, hier zu reden und überrasche dich mit einem Geschenk von mir an dich. Weil Fakt ist, eine Sache, die du wirklich so gut wie kein anderer weltweit machst, ist Vorbereitung. Und zum Jubiläum wollte ich mal wissen, wie das läuft, wenn du nicht vorbereitet bist. Ein Blind Date. Da kommt gleich jemand rein durch die Tür. Vielleicht kommt die oder der auch nicht alleine rein. Und ich wünsche mir, dass du mit dieser Person, mit deinem Besuch im Hotel Matze ein Gespräch führst. Und ich hoffe, du freust dich drüber, was ich dir da so eingepackt habe und was gleich rauskommt. Und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde hoffentlich und schicke dir gleich mal ein paar Tipps. Und dann wünsche ich mir, dass du auch ein bisschen versuchst zu raten und so ein bisschen beschreibst, was du gerade denkst und wer es sein könnte. Happy Birthday! Happy Birthday! Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragen Koro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Ich bin groß an Koro Fan und bestelle sehr, sehr häufig bei Koro und ihr solltet es auch tun. Für eure nächste Bestellung gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTELMATZE, das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zur heutigen Folge. Es ist eine besondere Folge, hoffe ich zumindest. Es ist die 200. Folge HOTELMATZE. 200 Mal saß ich hier, also 199 Mal und jetzt. Und ich freue mich total. Es ist ein Geburtstag, den wir, würde ich sagen, zusammen feiern. Also die Gäste, die hier saßen, ich und aber auch natürlich ihr. Denn aus diesen Zutaten besteht das HOTELMATZE. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euren Teil dazu beitragt, dass ich das hier so machen kann. HOTELMATZE hat als ein Feierabendprojekt angefangen, überhaupt gar keinen Plan gehabt, wohin das Ganze mal so führen würde. Und die letzten 199 Folgen zählen zu den schönsten Stunden, die ich mir vorstellen kann. Und dass das hier sowas wie ein Beruf ist, oder eine Berufung vielleicht sogar eher, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Die 200. Folge soll natürlich was Besonderes sein. Und als erstes habe ich, wie immer in solchen Situationen, an Angela Merkel gedacht. Diesmal habe ich sie aber nicht angefangen. Ich habe gedacht, sie brauche jetzt ja auch mal ein bisschen Urlaub. Habe also weiter überlegt und weiter überlegt und gedacht, wie wäre es denn, wenn ich mich mal überraschen lasse. Und habe meinen Freund Paul Rittke angerufen und ihn darum gebeten, mir doch hier einen Gast hinzusetzen. Mich also zu überraschen. Und das hat er getan, zusammen mit Lena und Maxi, meinen beiden Kolleginnen hier. Und jetzt kommt hier gleich jemand rein und ich weiß nicht, wer es sein wird. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wer es ist. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich konnte nicht irgendwas vorrecherchieren. Ich weiß nicht, ob es ein Mann ist, eine Frau ist. Meine größte Befürchtung, ehrlich gesagt, ist, dass hier gleich jemand reinkommt. Und ich erkenne die Person nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Das wäre ein bisschen peinlich. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das gleich hört und hoffentlich gleich wisst, wer es ist. Dass ihr es noch ein bisschen für euch behaltet. Ich will nämlich die ersten paar Tage, dass es für alle eine Überraschung ist, dass alle mit mir mitfiebern und nicht mehr wissen, als ich jetzt in diesem Moment gerade weiß. Und gleich geht es los. Ich gehe nochmal schnell auf Toilette und dann wünsche ich mal viel Vergnügen im Hotel Matze mit. Und hier kommt auch schon mein erster Tipp, wer dein heutiger Besuch im Hotel Matze sein könnte. Sie oder er ist eine Kollegin von dir. Und zwar im Bereich Musik. Hat mal Musik rausgebracht, ein Album gemacht und kommt gleich rein. Was denkst du? Wer könnte es sein? Oh, hat mal Musik gemacht und macht keine Musik mehr. Weiß ich nicht. Ich bin zu neugierig. Mein lieber Matze, mein zweiter Tipp für den heutigen Besuch im Hotel Matze bezieht sich auf den Glauben. Sie oder er ist bibeltreue Christin oder eben bibeltreuer Christ. Wow, bibeltreue. Okay, wir gehen mal weiter. Na, hast du schon eine Idee? Nicht null. Beschreib wirklich ausführlich, was in deinem Gehirn so los ist. Beim Hören ist so ein bisschen, ich bin neugierig. Neugierig, du bist. Dein Herz muss ja wirklich pochen, oder? Dritter Tipp. Dein Besuch hat sich schon mal sehr aktiv mit der PETA gegen das Tragen von Pelzen eingesetzt. Ah, Jennifer Weiß hat das doch gemacht. Aber die macht doch immer noch Musik. Okay, jetzt machen wir noch eine. Und der abschließende Tipp von mir bezieht sich auf den Wohnort deines Besuchs. Sie oder er kommt aus dem Ort, wo meine absolute Leibspeise... Oh, ey, Rippke, was soll ich das denn wissen? Meine Leibspeise, wie du ja bestimmt weißt, sind die Maultaschen, die kommen aus Maulbronn. Maulbronn? Und da kommt dein Besuch auch her. Aus Maulbronn? Und jetzt viel Spaß. Mann. Ich freue mich. Und nochmal Happy Birthday. Es ist ja wirklich, also Musikkollegin, Musikkollege, Bibeltreuer, Christ, Christin, sehr aktiv für PETA und kommt aus Maulbronn. Ich bin komplett blank, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich so, dass ich merke, also die Idee zu sagen, so komm Paul, schieb mir mal jemand vorbei, fand ich total gut. Aber ich merke auch, wie sehr, wie komisch das ist, nicht vorbereitet zu sein. Und ich treffe ja ganz oft Menschen, die ich nicht kenne und quatsche mit denen. Und dass das jetzt hier so der Fall ist, ja, also so, und mit diesen Tipps jetzt, Musik finde ich ja schon mal gut. Glauben, ist es jemand von No Angels? Weiß nicht, aber die machen doch auch Musik. Also die machen noch Musik. Nee, No Angels kann es nicht sein. Maulbronn, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich habe so ein bisschen kalte Hände. Es fühlt sich so an, als würde man gleich so mit jemandem Schluss machen müssen. Paul. Oh, draußen tut sich irgendwas. Ich glaube, draußen passiert was. Ich glaube. Draußen tut sich was. Oh, jetzt kommen Stimmen draußen. Ich bin aufgeregt. Ich höre Stimmen. Das ist eine männliche Stimme. Ai, 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 ai. Wer kommt denn jetzt hier rein? Es klopft. Ja. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Das ist Harald Glöcker. Es kommen mehrere Leute hier rein. Ein Hund. Ich bin nur das Gefolge. Du bist das Gefolge? Ja. Harald, ich freue mich sehr. Wie schön. Happy Birthday. Dankeschön. Alles Gute. Ich werde mal erstmal meinen kleinen hier runterlassen. Ich möchte einmal nur meinen Spiegel schauen. Nochmal gucken. Last Minute hier. Weil irgendwie bin ich immer, ich mache so viel, dass ich immer irgendwie nicht fertig bin. Du siehst für eine Podcast-Aufnahme wahnsinnig gut aus. Ja. Also, dass du dich jetzt nochmal geschminkt hast vor der Podcast-Aufnahme, finde ich richtig gut. Ich immer, immer, immer. Man muss ja gut aussehen, ja. Also, das ist immer so. Ich finde, das, komm mal her, Schatz, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Das kann man sogar bei großen Stars sehen. Ich meine, das war ja ein Erfolg einer Dietrich. Aber ich habe das große Glück ja noch einer der letzten großen Diven, Tina Lolo Brigida. Jetzt hast du den Hund natürlich weggescheucht, ja. Der dachte, es ist ja hochgefährlich hier, ja. Der hat auch gerade eine OP hinter sich. Dann ist er sowieso empfindlicher, weil er immer Angst hat, man kommt ihm irgendwie ran. Ja, der letzten großen Diven, Frau Lolo Brigida, ja, als Freundin seit 30 Jahren. Und ich habe die nie erlebt, dass sie nicht over the top geschminkt wird. Die ist auch immer natürlich over done, aber das will man ja auch haben, ja. Und das finden die Leute bei mir eigentlich auch toll. Ich meine, unsere sogenannten Stars, gerade in Deutschland oder so, die gehen ja auf den roten Teppich wie Frau Müller. Mein Friseur bejammert das immer, sagt, die wollen die Haare nicht machen, die soll alles natürlich sein. Aber wer will das sehen, natürlich. Wer will Madonna natürlich sehen, keiner. Oder Cher. Ich meine, das ist doch toll, wenn es ein bisschen anders ist. Deshalb, man will ja drüber reden können. Man will ja sagen können, Mensch, hast du gesehen? Oder, ja, aber dieses 0815. Ich komme mir natürlich jetzt ein bisschen, ich habe hier heute ein gestreiftes Shirt an. Ja, aber das hat ja auch was. Das hat auch was. Ja. Erzähl mir mal, wenn das, als das anfing, dass du dir jetzt, also du hast eine Art Bademantel an. Naja, Bademantel. Also Mantel, der glitzert. Naja, es ist, man könnte, also eigentlich nennt man sowas nicht Bademantel, sondern ein Morning-Going. Ja. Okay. Und die kosten, das ist das, was so die Hollywood-Stars in den alten Filmen anhatten. Billy, komm her, sitz, bleib mal da. Sonst mache ich dir an die Leine. Und so ein Teil kostet dann ja auch so um die 4.000, 5.000 Euro, dieser sogenannte Morgen-Mandel. Das, was du heute anders anhatst? Nein, das ist ja mal egal. Darüber reden wir nicht. Aber so ein Morgen-Mandel. Und das ist eigentlich so abgewandelt eigentlich. Das ist, ja, Zwischending zwischen Jackett und Morgen-Mandel. Also, ja, also ich wollte ja nicht overdressed sein, nicht wahr? Sehr, sehr, du bist und overdressed hergekommen. Ich weiß, also ich kenne dich natürlich, aber ich bin normalerweise, ich weiß nicht, ob das Paul erzählt hat, vorbereitet immer. Ich weiß, bin wenig vorbereitet. Ich habe vier Stichworte gekriegt. Ja. Das ist einmal, du hast Musik gemacht, du bist bibeltreu, du hast aktiv dich für Peter eingesetzt und du kommst aus Maulbronn. Und jetzt kommt hier gerade Kaffee rein und Kuchen. Oh, wie schön. Billy, komm her. Komm her. Danke, danke, danke. Komm mal her. Jetzt kommt erstmal der Kuchen rein. Billy. Billy. Harald hat Kuchen mitzunehmen. Harald hat. Billy, hier ist der raus. So, jetzt machen wir dich an die Leine, weil jetzt tatsächlich keine Lust mehr und keine Zeit für sowas. Komm mal her. Hopp. Jetzt ist gut. Das war zu viel, zu viel Exkursion. So, und jetzt bleiben wir schön hier. Und dann ist gut. Und dann komme ich gleich auf deine Frage. Ja, da kommen wir wieder. Weil bibeltreu, was ist denn bitte bibeltreu? Wir gucken mal. Ich meine, also man ist bibelfest von mir aus. Ich habe die Bibel gelesen, es war sehr anstrengend. Die ist sehr schwer zu lesen, weil du hunderttausend Namen von Abraham und alle drumrum, die ganze Besproke, musst du alles mitlesen, das will man eigentlich gar nicht. Ich habe den Koran gelesen, der ist einfacher zu lesen. Ich habe mir einfach gedacht, wenn man mitreden will, muss man auch wissen, von was man spricht. Und deshalb habe ich den Koran auch mal gelesen. Also ich bin gläubig, aber ich bin nicht unbedingt so wahnsinnig begeistert von der Kirche. Ich finde, die kommen ihren Verpflichtungen nicht so richtig nach. Und ich bleibe in keinem Verein, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Dann wurde ich verpflichtet, eine Bibel zu designen. Ein Schmuckschuber für die Bibel. Und zwar für die neue Ausgabe der Martin-Luther-Bibel. Dann habe ich mir so verschiedene, erst habe ich mir ausgesucht, Perlen für die Säue. So einen Schweinestall und die Schweine hatten Diademe auf und überall lagen Perlen. Ich dachte, das machen die nicht. Und dann dachte ich, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und der liebe Gott, der nähert sie doch. Und dann habe ich den Petersdom innen begrünt und habe mich da mitten reingestellt mit meinem Hund, mit Billy King. Und dann sagt mein Mann, das wird überhaupt nichts, das machen die nie, das wird nichts. Und dann sage ich, warte es doch mal ab. Ich meine, in die Bibel komme ich nicht. Dazu müsste ich sie, das kann man durchaus machen, aber das ist ein bisschen anstrengend, müsste ich sie neu übersetzen, eine neue Übersetzung machen. Dann könnte ich auch schreiben, ich war mit Jesus am Seger-Nizareth oder sowas. Dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann hat man sich gemeldet. Also der Auftraggeber war die Deutsche Bibelgesellschaft und die Evangelische Kirche. Und dann meinte man, es sei eigentlich nicht angedacht, dass jemand auf die Bibel vorne drauf kommt. Aber irgendwie finden sie es passend und sie machen das. Und jetzt bin ich mit meinem Hund auf dem Schmuckschuber der neuen Lutherbibel. Die hat sie auch sehr, 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 sehr gut verkauft. Und der Hintergedanke war halt, junge Leute finden es vielleicht nicht so cool, dass da eine Bibel auf dem Tisch liegt, so eine klassische. Aber mit dem Schmuckschuber, mit Design vorne drauf, ist es ein schönes Buch und sieht so toll aus. Also was ich von dir weiß, was mir gesagt wurde, ist, dass du aus dem Maulbronn kommst. Aber das ist ja jetzt nicht. Also das ist jetzt zwar schön, aber wenn jemand so viel gemacht hat im Leben, dann ist es also weder jetzt der größte Höhepunkt des Lebens, dass man aus dem Maulbronn kommt oder dass man homosexuell ist oder, ja, sondern das ist nun so. Aber du bist ja heute für mich eine Überraschung. Du bist meine Geburtstagsüberraschung. Ja. Was ich total schön finde. Was ist so deine erste Geburtstagsüberraschung, an die du dich erinnerst? Oh, da möchte ich mich gar nicht erinnern. Meine Geburtstagsüberraschungen waren alles keine Überraschungen und auch Weihnachten und Ostern nicht, weil ich einen gewalttätigen Vater hatte, der meine Mutter immer geschlagen hat und ich nie wusste. Ich kann mich an keine Sekunde erinnern in der Kindheit, dass ich nicht Angst hatte, dass die Mutter tot oder blutend am Boden liegt. Deshalb Geburtstagsüberraschungen und Weihnachten, Geburtstage und so, das war alles nicht so. Und ich mag auch irgendwie nicht so wirklich gerne Überraschungen, das liegt vielleicht auch daran. Und Geburtstag feiere ich sowieso nicht, jung war es kacke und wenn man älter ist, ist sowieso kacke, den Geburtstag zu feiern. Und wer braucht das noch, ja? Jedes Jahr da eine Zahl mehr und dann am Schluss noch eine Torte mit denen. Ich will ja gar nicht wissen, wie alt ich bin. Man weiß ja gar nicht, ob die Zeitrechnung stimmt, ob das überhaupt stimmt. Unsere Zeitrechnung, vielleicht ist man viel älter, vielleicht sind wir ja viel jünger. Aber vielleicht ist überhaupt alles, was wir um uns herum haben, ist ja eine Projektion. Also das Thema ist ja, dass die Menschen grundsätzlich die Realität mit der Wirklichkeit verwechseln. Die Wirklichkeit, die ist da, die muss ich nicht beweisen. Sonst wäre es die Wirklichkeit. Die Realität ist eine Projektion unserer Emotionen, unserer Gedanken, unserer Selbst. Wir projizieren unsere Welt, wir projizieren alles um uns herum. Ich sehe ja den Tisch anders als du ihn siehst. Völlig anders, ja. Jeder sieht den Tisch, tausend Leute sehen den Tisch anders und nehmen ihn anders wahr, weil wir geprägt sind durch unsere Emotionen, durch unsere Erziehung, durch die Altvorderung und so weiter. Bei mir hat das nicht so funktioniert mit dem Domestieren und Erziehen, zum Glück nicht. Schutzhaltung? Nein, nein, das hat nicht funktioniert, weil ich einfach eine starke Persönlichkeit bin, zum Glück nicht. Aber wann hast du das gemerkt, dass du das, also dass du... Da komme ich gleich zu. Also über Jahrhunderte hat er die Kirche und Staat versucht, Menschen klein zu machen. Ihnen zu sagen, sie sind dumm, sie sind klein, sie brauchen die Kirche, um Gott zu verstehen und so weiter. Und inzwischen sind ein großer Teil der Menschheit leider auch schon so degeneriert und so trauen sich nichts mehr. Und das ist eigentlich sehr schade. Zum Glück sind wir in einem Zeitalter, wo Menschen wieder erwachen, aufwachen. Ja, ich meine, die Zeugen Jehova standen ja mit dem Wachtturm schon länger da. Ich meine, vielleicht war es was gut erwartet, ja, aber da ist noch keiner erwacht. Aber jetzt ist es ja ein bisschen anders. Ich habe mit sechs Jahren schon beschlossen, dass ich im falschen Film bin, habe ich das festgestellt. Und ich hatte das große Glück, eine Kindheit zu haben. Ich habe normale Bauernleben erlebt bei meinen Großeltern. Ich habe aber auch den größten Reichtum Luxus erlebt bei Freunden meiner Mutter. Bin in großen, wilden Palästen einen ausgegangen, habe wirklich mit sechs Jahren die ersten Orthodox-Gemälde gesehen. Und dann habe ich beschlossen, mit sechs die Welt schöner zu machen, alle Frauen zur Prinzessin und alle Menschen schön zu machen. Eine schöne Welt, komm mal hierher bitte, Billy, du sollst hierbleiben. Sitz, sitz, fein, ganz fein. Ja, und das ist ja eigentlich mein Thema. Ich bin ein Verschönerer. Und mit sechs, lass uns da mal ganz kurz, also du hast mit sechs gedacht, okay, das, was ich sehe, vielleicht stimmt das nicht, vielleicht stimmt das, aber das ist mir erstmal wurscht, erstmal so übertrieben gesagt, sondern ich mache mir das, ich male mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Nein, das stimmt nicht, das hat mit Stimmen nichts zu tun. Wenn du in einer Kindheit hast, wo jeden Tag Gewalt ist, der Vater mit Metzger, mit dem Spaltblock, der Mutter herrennt und die Mutter immer wieder ins Krankenhaus geblutet und erzählt, sie ist die Treppe hinuntergefallen. Dann ist das, nicht die Frage, stimmt das nicht oder ist das nicht real. Ja, nein, das ist in Kriegszuständen, die ganze Kindheit. Nein, du musst dich ja irgendwie retten. Und ich dachte mir, nee, ich mache meine eigene Welt, ich bin hier im falschen Film, was tue ich hier eigentlich? Und wie hast du diese eigene Welt errichtet? Naja, indem ich begonnen habe, visuell mich auszuklinken und ich war immer ein sehr ruhiges Kind und mir vorzustellen, wie meine Welt aussieht. Fantasie? Naja, Fantasie. Damals gab es kein Internet, ich habe mir alte Filme angeschaut im Fernsehen. Ich habe mir den Quellekatalog damals geholt. Da gab es keine Vogue und nichts, da habe ich mir einen Quellekatalog angeschaut. Da habe ich mich inspiriert und dachte mir, irgendwann bist du da drin. Naja, und was weiß ich, 20 Jahre später war ich mit acht Seiten im Quellekatalog. Oder ich habe mir beschlossen, ich werde ein Modeprinz, ich mache alle Frauen zu Prinzessinnen, ich mache Shows, das sind nur Prinzessinnen, Könige und Hollywoodstars. Und dann bin ich 20 Jahre später aufgewacht oder 15 Jahre später. Und dann hatte ich eine Show in Stuttgart mit Chinalolo, Brigida, Boderich, Chagakan, Bridget Nielsen, dem Fürsten, Prinzenpaar von Preußen, Sachsen, Württemberg. Also Träume können wahr werden. Aber hast du dich als Modedesigner imaginiert oder hast du dich als Gestalter? Nein, ich wollte die, das war ja das, was ich dir eben gesagt habe, ich wollte eine schönere Welt kreieren. Ich bin einfach schönerer Modedesigner. Mit Mode fängt es halt, das ist das, was man als erstes sieht. Aber es gehört, wie meine Freundinnen sagen, also Mode ist nicht alles, es gehören auch noch Schmuck und Aktien dazu. Also man muss schon, es muss schon alles stimmen. Und man könnte ja auch sagen, dass das die Welt so gestalten, wie man sie gerne hätte. Das ist ja das eine, was man sich überzieht, was man sich an Ringen anmacht, wie man sich die Lippen macht, die Augen und so weiter. Also das ist ja die äußere Schönheit. Wie ist es mit der inneren Schönheit? Die trinken so schwer nach außen durch, das ist das Problem. Ja? Ja? Ja, wenn die so durchdringen würde. Aber es geht ja auch gar nicht so sehr um die Schönheit, es geht darum, dass wir alles erreichen können. Wir machen unsere Welt. Und wenn ich mir, wenn ich mir, wenn man mir als Kind schon eingeredet wird, du kannst das nicht, du wirst das nicht, du wirst nichts, du bist nichts. Das können wir uns nicht leisten, wir sind arme Leute, das können wir nicht. Die Reichen sind schuld, dass wir kein Geld haben, die Reichen sind, ja die Armen haben kein Geld, weil die Reichen reich sind und reich sein ist verwerflich. Ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es nichts wird. Mich hat das alles gar nicht gejuckt, diese Ganze. Was geht mich die Einstellung anderer an? Ich habe mir mein eigenes Bild gemacht und mir war eins klar, wenn man mehr erreichen will, muss man mehr leisten. Und wenn man schon kein, wenn man schon, als ich dann jung war, ich war jung und brauchte das Geld, ich habe gemodelt und wenn man schon kein Geld hat, dann muss man wenigstens gute Laune haben, ein bisschen interessant sein, spannend sein. Mein Ginalolo Brigida sagte einmal zu mir, Künstler und interessante Leute, die kommen immer rum, reiche Leute sind nicht interessiert an anderen reichen Leuten, weil reich sind sie selber, sondern an Menschen, die ihnen das Leben interessant machen. Naja und das Problem ist, dass die meisten Menschen keinen Plan für ihr Leben haben. Ja, sie leben auch nicht ihr Leben, sie leben das Leben ihrer Großeltern, ihrer Eltern. Irgendwann muss ich doch mal sagen, jetzt haben unsere Eltern oder Großeltern mit, gehen wir mal davon aus, bestem Wissen und Gewissen versucht uns beizubringen, wie die Welt ist. Aber irgendwann sind wir doch selber erwachsen, dann müssen wir überlegen, sind das auch meine Ansichten, sind das auch meine Parameter oder muss ich mir andere setzen. Aber das machen die wenigsten. Aber an welcher Stelle hast du das gemacht? Wir haben gerade von dem Sex her... Ab sechs Jahren. Aber mit sechs? Mit sechs habe ich auch das erste Kleid entworfen, das hat meine Tante genäht, ja. Und dann hast du aufgemalt, so ungefähr stelle ich mir das vor und liebe... Ich habe ja gesagt, wie sie den Schnitt zu ändern sollen, machen soll, ja. Und wie bist du dann aus dem kleinen Ort, über den wir gar nicht weiter sprechen sollen, wollen? Na, Malbronn ist nicht so klein, ich habe ja in einem Ort neben Malbronn gelebt, ja. Aber wenn wir dann, also du hast dann gerade... Aber ich kann mich nicht so richtig erinnern, ich kann mich nur an das erinnern, was ich mich erinnern kann. Weil an das, was ich mich nicht erinnern kann, ist nie passiert. Sehr gut, den nehme ich mir mit. Und das andere aber, es gibt ja einen Traum, einen Traum von der Welt, wie sie gerne sein wollte, wie du sie gestalten möchtest. Nein, kein Traum, eine Vision. Eine Vision. Das ist ein Unterschied, ja. Was unterscheidest du zwischen Traum und Vision? Naja, ein Traum ist ja etwas, das wird dann vielleicht auch nie was. Das war dann schön und eine Vision ist ja etwas zu erschaffen, etwas... Alles, was hier war, war mal eine Vision. Alles, was Schloss Versailles war, war eine Vision von Ludwig XIV. Das war kein Traum, ja. Okay, aber du hast dann diese Vision gehabt, du hast sie, bei deiner Tante konntest du ja sagen, so soll es aussehen, du konntest es aufmalen, du konntest sagen, so einfach ändere den Schnitt. Aber wie hast du, wie ist der nächste Schritt gewesen, von einem Zuhause, was ich, Kriegsschauplatz hast du es genannt, auf eine Bühne zu kommen, auffallen? Naja, ich hatte zu Hause schon die Bühne, also man muss sich jetzt vorstellen, meine Eltern waren in einem kleinen Ort, tausend Einwohner, aber das war ein sehr gut gehendes Lokal und es kamen Fabrikanten aus Pforzheim, Schmuckfabrikanten, es kamen sehr, sehr gut situierte Leute von überall her, die hatten ein sehr, sehr interessantes, reiches Klientel. Die zu euch nach Hause kommen? In das Gasthaus. In das Gasthaus, okay. Ich habe also die ersten schwarzen Menschen mit fünf, sechs Jahren schon gesehen, das war total faszinierend und ich hatte eine sehr exzentrische Großmutter im Übrigen, sehr, sehr exzentrisch, sehr, sehr dramatisch und zu der ging man auch nicht wie zu anderen Großmutter, bei der hatte man eine Audienz und dann wusste man, nach drei, vier Stunden ist auch gut, man geht wieder. Wie heißt sie oder hieß sie? Frieda hieß sie, sie hatte eine Punkfrisur und ging noch mit über 80 im weißen Kleid, mit roten Blumen, hohen Schuhen, war sehr außergewöhnlich, meine Mutter hatte eine Freundin, das war eine damals sehr, sehr bekannte und sehr reiche Fabrikantenfamilie, also alles was man an Elektrogeräten auf dem Markt war, gab es eigentlich von denen, von sonst niemand und das war extrem spannend und aufregend. Wenn ich bei dir war, da war alles in Rokoko, in Biedermeier, Glitzer und Kronleuchter, da lief französische Musik, Edith Piaf. Also du brauchstest gar kein Internet, du hattest eigentlich das, was... Ich hatte ja alles optisch vor mir und dann kamen zu uns Frauen damals, die hatten Krokodillederkostüme an, meine Mutter hatte die tollsten Kleider, meine Mutter hatte Kleider, die hatte denselben Schneider wie ihre Freundin und die hatte Kleider, ich erinnere mich, rosa Häkelkleider mit passenden Schuhen, da gab es Abendkleider in geblumtem Brokat mit riesigen Ärmeln. Wenn man heute sowas machen würde, würde man sagen, total typisch Glöckler, total over the top, das war normal damals, da ging man schick an. Ich weiß noch, zu meiner Konfirmation kam meine Mutter in die Kirche, das war ein mittlerer Skandal auf dem Dorf, da hatte sie eine Spitzenstrumpfhose, einen langen, schmalen Rock, der war so handbreit unter dem Knie noch, in einem Schottenkarro und oben eine passende Spitzenbluse. Und das war so over the top oder man hatte damals Edwig Kleider mit Spitzenbluse und drunter, also ganz, ganz ausgefallen, ganz schick. Und ich habe dann begonnen, mir eben meine Welt vorzustellen, wie ich sie haben möchte. Ich bin shoppen gegangen, ich habe mir überall, also ich hatte nicht diesen Neidfaktor, wie viele andere, dass ich gedacht habe, du hast jetzt nichts und die anderen haben alles. Nein, ich habe das angeschaut und dachte, mein Gott, ist das schön, das möchtest du auch mal haben. Aber das muss man sich erarbeiten, das war meine Ansicht immer. Und wie hast du das erarbeitet? Und ich habe das erarbeitet und die Welt, die ich heute habe, die hatte ich mit sechs Jahren schon im Kopf. Und wie hast du es dir erarbeitet? Also du brauchtest ja finanzielle Mittel, du brauchtest es auch andere? Nein, man braucht gar nichts. Das ist genau der falsche Gedanke. Wir leben in einer Welt, glaube, so wird euch gegeben. Also man muss die Bibel wirklich mal lesen und dann hat man da ein bisschen. Also wenn ich natürlich immer glaube, ich brauche jemanden, der mir Geld gibt, ich brauche jemanden, der mich unterstützt und ansonsten schaffe ich es nicht. Ja, dann wird es auch nichts werden. Wenn man eine Vision in die Welt setzt und wenn man, wie ich, eine Vision kreiert und in Gedanken, als Kind kann man das ja gut, weil als Kind hast du nichts, einem als Kind schon klar ist, dass man irgendwann und fest überzeugt ist, dass man in einer Welt lebt mit prächtigen Kleidern, mit tollen Menschen und dann wird das eintreten. Weil es gibt ein Resonanzgesetz. Alles woran wir glauben, wenn du daran glaubst, dass du das jetzt nachher in fünf Minuten, hundert Prozent, ohne jeglichen Zweifel glaubst, dass jemand in zehn Minuten hier reinkommt und dir hundert Millionen Euro bringt, dann wird jemand kommen. Also entweder ruft dich einer an oder, aber du wirst das nicht glauben. Du wirst Zweifel haben. Aber warum glaubst du es? Ja, weil ich glaube, weil ich bin und andere andere. Ich glaube es halt. Warum hat jetzt Madonna geschafft? Es gibt Menschen, die denken größer und die glauben daran, die glauben an sich, aber die leisten auch mehr. Die leisten auch mehr, die gehen auch ins Risiko, die leisten auch mehr, die tun alles für diesen Traum. Die brennen so, dass sie alles dafür tun. Die machen nicht 24 Stunden, da gibt es aber auch nicht Urlaub und jetzt kann ich nicht. Denn dieser Beruf ist die Berufung. Das ist ja, für was sind wir denn auf dieser Welt? Was sind wir denn hier? Dass ich arbeiten gehe und dann habe ich irgendwann Rente und ich gehe arbeiten und hoffe dann, dass schon bald Freitag ist. Und wenn Freitag ist, weiß ich vor so Zweiflung nicht, was ich am Wochenende machen soll. Und auf der Autobahn fahre ich, war ich mit 300, damit ich schneller wo ankomme. Und wenn ich dort ankomme, weiß ich vor lange Weile nicht, was ich machen soll und gehe irgendwann Kaffee trinken und gucke blöd in die Luft. Was hast du erhofft? Gab es für dich einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich an diesem Ort, den ich mir als Sechsjähriger ausgemalt habe, den ich mir vorgestellt habe, den ich visioniert habe? Ja, eigentlich schon als Sechsjähriger, weil ich wusste, dass das klappen wird. Das ist ja das, was ich gerade versuche zu erklären. Und ansonsten ist ja das Ding nicht zu Ende. Man entwickelt sich ja, solange ich lebe, werde ich diese Sache weitermachen. Also das Ende ist ja nicht in sich. Das wäre ja furchtbar. Die Leute fragen immer, wieso machen sie noch das oder das oder so viele? Sie müssten nicht mehr, du müsstest ja nicht mehr. Ja, aber wieso denn nicht? Aber wenn das schon wahr ist, was man im Kopf hat, wenn das dann schon in dem Moment eingetreten ist als Sechsjähriger, wie du gerade sagst, warum hast du dann so viel gearbeitet, dass es dann wirklich wahr wird? Ja, weil es ja noch nicht sichtbar war. Aber okay, dann die Frage anders. Ab wann war es sichtbar, was du in deinem Kopf hattest? Naja, das ist auch so eine schwierige Frage. Jetzt könnte ich sagen 1994 bei der ersten Show oder ich könnte sagen, es ist bis heute noch nicht sichtbar, weil ich noch nicht damit zu Ende bin. Also, okay. Und bist du eher, ist das eher die 91 oder ist es eher noch nicht zu Ende? Nein, das ist jetzt eher noch nicht, weil es kommt ja noch ganz viel. Ich bin in der Halbzeit. Ich will wenigstens 100 werden. Ich habe jetzt nochmal so lange vor mir, wie ich schon hinter mir habe. Und jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt gebe ich Gas, mache ich ein bisschen schneller. Und der, okay, wir bleiben nochmal ganz kurz beim Sechsjährigen, dann gehen wir auch woanders hin. Also, wie viel von dem, was der Sechsjährige sich überlegt hat, was er visioniert hat, wie viel davon ist anfassbar geworden? Oder wie viel? Na, alles ist anfassbar geworden. Ja, aber deshalb ist es ja noch nicht zu Ende, ja. Nee, das kommt ja auch mehr. Aber der Sechsjährige, der ist eigentlich der Sechsjährige Harald, der zu Hause lag? Naja, ich habe eine Villa, die wie ein Schloss ist. Ich habe, ich saß mit Fürsten, Prinzen, Hollywoodstars am Tisch, bin mit denen befreundet. Ich war in der ganzen Welt. Ich habe alles kreiert, was man sich denken kann, eine komplette Welt. Habe ganz viele Frauen, ganz viele Menschen glücklich gemacht. Und bist du glücklich? Ja, das ist so eine Frage. Was ist glücklich? Also, ich würde sagen, im Großen und Ganzen schon, ja. Arbeite und bete, dann hilft dir der Herr alle Zeit, ja. Und in welchen Momenten spürst du sowas wie eine Zufriedenheit? Ach, immer. Immer, wenn ich allein bin und keine dummen Menschen mit dummen Fragen, also nicht, dass du jetzt dumm gefragt hättest, aber wirklich nicht. Du bist ja angenehm. Aber sonst immer. Das ist etwas, das muss man selbst entscheiden, ob man glücklich ist oder unglücklich. Da denken die Leute auch, das fällt einem so zu wie ein Schmetterling. Also, es fällt einem nichts zu. Das muss man auch selbst entscheiden, ja. Und in welchen Momenten bist du nicht glücklich? Also, wo merkst du, dass jetzt bin ich gerade? Naja, es gibt eigentlich nicht Momente, dass ich unglücklich bin. Ich verausgabe mich oder wenn mich so viel Energie, was so viel Energie kostet und ich nicht in mir selbst bin und dann kann es schwierig werden. Aber deshalb, da bin ich inzwischen schon auch sehr gut. Deshalb verabschiede ich mich auch ganz schnell von Menschen, die nicht so gut sind für mich, ja. Also, das, äh, das, äh... Was ist das, was dann nicht gut ist? Naja, was nicht gut ist, Menschen, die, es gibt Menschen, die einfach, also, es gibt Menschen, die von Grund auf bösartig sind oder von Grund auf neidisch sind oder andere ausnutzen oder missgünstig sind. Und die sind da gut drin. Und wenn jemand gut in was ist, dann wird das immer wieder machen, ja. Und solche Menschen muss man ganz schnell loslassen oder auch Menschen, die so grund auf negativ sind, die alles, ne, kann ich, habe ich auch gar keinen Nerv mehr. Ich diskutiere auch nicht mehr. Bist du noch abhängig von anderen Menschen? Das ist ja auch eine komische Frage oder eine schwierige Frage, weil wir sind alle abhängig von anderen Menschen. Wir könnten ja nicht, weil dein T-Shirt haben, da haben jetzt bestimmt 20 Menschen daran gearbeitet, dass dieses T-Shirt fertig ist. Also bist du doch abhängig von anderen Menschen. Ja, aber wenn es darum geht, wenn der Sechsjährige sich eine Welt erschafft, die so sein soll, wie sie sich vorstellt, dann kann das ja auch eine Welt sein, die ein hohes Maß an Unabhängigkeit hat. Ja, aber du musst deine Frage dann klarer stellen, weil heutzutage, wir sind immer abhängig von anderen Menschen. Der Strom muss irgendwo herkommen. Also deshalb sind wir alle irgendwo abhängig von anderen Menschen. Aber ich kann, um es andersrum zu formulieren, ich kann mir im täglichen Leben die Menschen aussuchen, mit denen ich mich umgebe oder nicht umgebe und auch die Jobs, die ich mache oder nicht mache. Also das ist doch das höchste Privileg eigentlich, oder? Ist es auch, ja. Also ich muss gar nichts, ja. Okay, du musst nichts, aber du hast… Aber ich kann viel, das ist ja… Es gibt manche, die müssen viel, aber können nichts, ja. Das ist auch schwierig, ja. Das ist auch schwierig, aber ich merke ja auch an der Geschwindigkeit, wie du redest. Du hast es eilig. Also du hast, du möchtest… Ich habe es in allem eilig, weil wir haben doch keine Zeit zu verlieren. Also entweder ich mache oder ich mache nicht. Und wenn ich nicht mache, dann rede ich aber gar nicht. Dann setze ich mich hin und gehe ins Retreat und dann setze ich mich hin und schweige. Aber entweder oder. Und wozu machst du? Naja, wir drehen uns hier im Kreis, weil ich mit sechs Jahren beschlossen habe, die Welt schöner zu machen. Und das ist mein… Und das fasziniert mich und das begeistert mich und da bin ich gut drin. Und wie ich eben sagte, wenn jemand etwas gut ist, wird er es immer wieder machen. Das stimmt, aber ich verstehe wirklich… Also deswegen drehen wir uns auch im Kreis ab, weil ich es wirklich… Also hilf mir, es zu verstehen. Also sich zu überlegen, die Welt schöner zu machen. Für dich oder für die Welt? Na, für alle. In erster Linie natürlich für mich, aber auch für die anderen, für alle, die teilhaben wollen. Aber auch für die… Es ist unglaublich wichtig, auch grundsätzlich positive Vibrations zu setzen. Es ist ja so, man sagt, dass ein Mensch mit guten Gedanken und einer hohen Schwingung, also zum Beispiel ein Dalai Lama zum Beispiel oder ein hoher buddhistischer Mönch, der sehr weit entwickelt ist, der sehr, sehr in sich ruht, der sehr, ja, sehr weit fortgeschritten ist. Und ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, aber dieser eine Mensch gleicht eine Million oder noch mehr Hass und Negatives aus. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir… Jeder hat ja eine Aufgabe. Wir kommen jetzt nicht in diese Welt. Das erste Problem ist ja, dass alle denken, wir kämen… Viele denken, wir kämen in diese Welt als körperliche Wesen, die eine geistige Erfahrung machen. Unser Geist ist so riesig, also der ist so groß wie Berlin und wir werden in so eine Flasche gepresst, hier, das ist der Körper, ja. Und da sind wir drin und ab dem Moment, wo wir da reingehen, vergessen wir auch irgendwie alles und sind irgendwie schon ein bisschen doof und bekloppt. Und dann haben wir, ich bin mir auch überzeugt davon, dass es einen Sinn hat, einen Grund hat und dass wir in dieser eine Aufgabe haben. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Und meine Aufgabe ist es, wie eine Wahrsagerin mir sagte oder meine Astrologin, ich bin eigentlich als Prinz oder als König wiedergekommen, weil ich anderen Menschen zeigen will, dass die Welt eben nicht, wie einem oft über Jahrhunderte von der Kirche gesagt wurde, Armut, Zurückgenommenheit, dass es schick ist, in Armut zu leben, dass Armut bedeutet, wenn man rausschaut in die Natur, die Natur ist Fülle, Reichtum, die Natur explodiert. Und das versuche ich den Menschen zu zeigen und vorzuleben und das finde ich schon auch wichtig, ja. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einige Menschen gibt, die eine Steuererklärung machen müssen und die nicht so richtig Lust darauf haben. Das regelt jetzt für euch Taxfix. Alles, was ihr für eure Steuererklärung dieses Jahr braucht, ist nämlich Taxfix und eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese könnt ihr einfach in der App abfotografieren oder am Desktop-Wohnenladen. Dann beantwortet ihr ein paar einfach gestellte Fragen im Interview-Bodus. Anschließend werden eure Eingaben auf Plausibilität geprüft und eure Steuererklärungen werden digital unverschlüsselt über die offizielle Älster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Und mit der Sofortauszahlung erhaltet ihr innerhalb kurzer Zeit die Hälfte eurer errechneten Steuererstattung auf euer Konto. Großartig, oder? Also los geht's. Die App und die Berechnung. Eure Erstattungen sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber, jetzt kommt noch was Tolles, ihr spart 15% mit dem Code MATZE22. 22 wird als Zahl geschrieben und gültig ist dieser Code bis zum 30.09.2022. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Den Code, den gebt ihr dann im Bezahlvorgang ein. Und Taxfix regelt dann den Rest. Ganz, ganz unkompliziert, so wie Taxfix generell. Herzlichen Dank Taxfix für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist Neue Fische. Neue Fische ist der Bootcamp-Anbieter in Deutschland für Menschen, die sich um oder neu orientieren möchten und den Schritt in die Tech-Branche wagen. Dabei könnt ihr aus verschiedenen Schwerpunkten auswählen. Web Development, Java Development, Data Science, Data Analytics oder auch Cloud Development. Die Kurse können vor Ort an verschiedenen Standorten oder live online gemacht werden. Sie dauern jeweils 12 Wochen. Davon ist ein Drittel der Zeit für ein praktisches Abschlussprojekt angesetzt. Zum Beispiel im Web Development Bootcamp, wo man seine erste eigene App entwickelt. Dazu könnt ihr euch während des Bootcamps direkt mit UnternehmenspartnerInnen vernetzen, wodurch bisher schon 92% der AbsolventInnen direkt danach in den Job einsteigen konnten. Für die Finanzierung gibt es drei Optionen. Ihr könnt den Kurs selbst bezahlen, ihr könnt das später Modell der Chancen-EG nutzen oder vielleicht habt ihr auch einen Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit. Für weitere Infos bzw. eure Anmeldung zu einem der Bootcamps schaut einfach mal beim Link in den Show Notes vorbei. Vielen Dank an meinen Werbepartner Neue Fische für die Unterstützung. Nun zurück zur Folge. Gibt es Momente, wo du dich sorgst um den Zustand der Welt? Man könnte jetzt ja sagen, du hast mir schon erzählt, du lebst in einem großen Schloss. Du hast eine Wohnung in Berlin. Naja, groß ist das Schloss nicht. Okay, du lebst aber zumindest in einem schlossähnlichen Haus. Wie viel Quadratmeter hat das? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Hat ein paar Zimmer. Hat ein paar Zimmer. Wie viel ungefähr? Mehr als zehn? Ja, mehr als zehn. Wie viele Menschen wohnen da ungefähr? Weniger als zehn. Und gibt es Momente, wo du dich um den Zustand der Welt sorgst? Nein, das wäre ja der falsche Ansatz. Wenn ich mich um den Zustand, Mutter Teresa wurde einmal gefragt, ob sie an einer Antikriegsdemonstration teilnimmt. Dann sagt sie, nein, das wird sie nie machen, an einer Friedensdemonstration sofort, aber nicht an einer Antikriegsdemonstration. Weil man das ja verstärkt, da hätte sie den Krieg verstärkt. Und wenn ich mich um die Welt sorge, dann verstärke ich ja die Sorge. Warum soll ich mich um die Welt sorgen? Ich versuche sie besser zu machen. Warum soll ich mich darum sorgen? Es gibt keinen Grund zu sorgen. Denn, wie ich schon sagte, es ist alles eine Projektion. Und dass wir immer noch Kriege und solche Sachen in der Welt haben und Ungerechtigkeit, das liegt daran, dass die Menschheit leider noch nicht so weit entwickelt ist. Dass wir immer noch in Gier und Neid leben. Wir könnten alle, wir könnten alle in Reichtum leben. Also, wenn man das ganze Geld, was auf der Welt ist, verteilen würde, dann wäre jeder superreich. Nur es hat mal Studien gegeben, das Problem ist, in ein, zwei Jahren wäre wieder alles gleich. Die, die sehr reich waren, wären wieder reich und die anderen wieder arme. Es gibt ja diese Geschichte, dass Menschen im Lotto gewinnen und verlauter Schreck über das viele Geld, dass dann auch kurz danach alles los sind wieder und ärmer sind als vorher. Also, wenn ich diesen Reichtum beginne von innen, wenn ich in mir ein Armutsdenken habe, Reichtum hat ja auch nichts mit Geld zu tun, wenn ich in mir dieses Armutsdenken habe, wenn ich denke, ich bin arm, ich bin in der Opferhaltung bin, ich kann mir das nicht leisten, das steht mir nicht zu, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich würde gern, aber ich habe die Fähigkeiten, ich kann das nicht, dann wird es auch nie was werden. Dann kommt auch nichts zu mir. Und das Unterbewusstsein kann ja auch nicht unterscheiden. Wenn ich Neid habe, wenn du jetzt einen Rolls-Royce fährst und ich denke, boah, ich finde es nicht, finde ich scheiße, dass der einen Rolls-Royce fährt. Dein Unterbewusstsein hört nur, ich finde scheiße, Rolls-Royce fährt, also kriegst du auch keinen Rolls-Royce, ja, weil du findest einen Rolls-Royce scheiße, also kriegst du auch keinen. Würdest du dich darüber freuen, dann würdest du vielleicht auch einen kriegen irgendwann, ja. Oder dieses Anderen was Neiden und Negativdenken, das zieht dann noch mehr Negatives an. Und das ist auch, es ist auch so, wenn man das ein bisschen beobachtet, Menschen, die großzügig sind in jeder Hinsicht, ziehen meistens auch großzügige Menschen an. Die ziehen auch Schmarotze an, aber das muss man halt dann erkennen und sich von denen lösen. Aber im Großen und Ganzen sieht man großzügige Menschen an. Also in meinem Freundeskreis ist es so, bei uns gibt es immer Streit, nicht Streit drum, wer bezahlen soll, sondern wer bezahlen darf. Also alle wollen immer bezahlen, ja. Und ja, immer. Also so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Essen bezahlt ist. Und da muss man immer mal sagen, nee, lass mich mal. Ich hatte auch andere Freunde, wo ich immer bezahlt habe und die nie, aber die habe ich dann irgendwann auch bleiben lassen. Aber inzwischen ist es so, dass es bei mir alles wunderbar läuft und das ist alles sehr schön und man zieht das alles ein bisschen an. Und du würdest einfach sagen, jetzt sitzt vor mir jemand, der, du hast es ungefähr gesagt, ungefähr 50 Jahre vielleicht ist. Ja, man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht so genau. Und vor mir sitzt ein Mensch, der von 6 bis 50 eigentlich ein wahnsinnig gutes Leben hatte. Ja, hatte ich. Ich hatte eine Kindheit voller Gewalt und voller Schrecken mit 6 Jahren, hat mich auch noch ein Freund der Familie sexuell belästigt. Und trotzdem muss ich am Ende sagen, hatte ich ein unglaublich tolles Leben, weil warum soll ich mich mit dem Mist aufhalten, mit dem Negativen? Das ist vorbei und das, was gestern war, ist sowieso rum. Also gestern ist rum, morgen gibt es noch nicht. Ich lebe immer im Jetzt und im Moment. Es gibt nur den Moment, nur das Jetzt. Und das Jetzt lebe ich 100 Prozent, 1000 Prozent. Musst du gesehen werden? Was heißt, muss ich gesehen werden? Man will mich ja sehen. Also Musst du gesehen, es ist ein Teil meines Programms. Nee, verstehe ich. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, ja, das kann sein, dass mich die Leute... Also du meinst, ob ich geil drauf drin gesehen habe? Nee, 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 gar nicht geil drauf. Das gibt es nämlich viele, dass sie abends auf den roten Teppich gehen und das ganz geil finden. Mich hat es jetzt noch nie... Udo Walz hat mal gesagt, ich muss ins KDW gehen, ich muss ein bisschen erkannt werden. Ja, ich bin aber nicht Udo Walz. Das ist mir vollkommen klar. Aber das Gefühl, ich brauche oder mag es auch, dass man mich sieht, dass man mich wahrnimmt. Nein, das ist überhaupt nicht, weil ich bin sehr scheu eigentlich. Ich will das eigentlich gar nicht. Das ist ein Teil meines... Ich habe eine andere Figur erschaffen, Herr Glöckler. Ich habe als Kind, um mich zu retten, diesen Modeprinzen erschaffen. Und dieser Modeprinz ist da... Und natürlich muss er gesehen werden. Das ist ja ein Teil. Ein Prinz muss gesehen werden. Ein Prinz, ein König muss gesehen werden. Das ist ein Teil meines... Wäre ich ein Flickerbe, dann müsste ich nicht gesehen werden. Dann würde ich keinen Podcast machen, kein Interview. Dann gäbe es auch kein Foto. Ja, aber ich habe ein anderes Leben. Und deshalb muss ich auch gesehen werden. Es geilt mich aber nicht auf, wenn ich gesehen werde und fotografiert werde. Und spätestens, als ich 1997 eine Scheu in Hongkong hatte und da waren circa 1000 Fotografen und Journalisten aus aller Welt und die haben mich fotografiert, dachte ich mir, okay. Also mehr kann es jetzt auch nicht mehr werden. Also ich mache das, ich gehe da hin und ich glaube genau dieser Effekt, dass ich nicht so heiß bin, dass ich nicht immer auf den roten Teppich gehe und dass ich nicht so geil drauf bin fotografiert zu werden. Dann ist es, warum die Fotografen so durchdrehen und mich so unbedingt haben wollen, weil welcher Jäger will schon den Hasen, der sich vor ihn wirft. Ich meine, diese ganzen Menschen, ich sage jetzt nicht prominente Menschen, die da auf dem roten Teppich stehen, die man eigentlich dann auch wegschubsen muss irgendwann, weil sie den Weg blockieren, weil schon keiner mehr fotografieren will. Und sie stehen immer noch rum. Ja, das ist, ich bin auch schon mal bei Veranstaltungen hinten rein, habe mich vorne hingesetzt und gar nicht über den roten Teppich. Die Presse kommt dann schon vor zu mir und fotografiert mich in erster Reihe. Das ist dann noch aufregender. Auch wenn wir den ganz, wie soll ich das sagen, also wenn dieser Prinz, den du dir erschaffen hast und den, du kommst in dein Schloss und legst den so ab an der Garderobe. Ich lege den nicht ab. Also du gehst als Prinz, also träumst du als Prinz, isst du als Prinz, bist du traurig als Prinz? Ne, da habe ich doch schon gesagt, dass ich nicht traurig bin. Aber du hast ja gesagt, du hast diesen Prinzen erschaffen. Ja, aber wenn man den mit sechs Jahren erschafft, dann legt man den ja nicht 100% ab. Natürlich gibt es auch ein Privatleben, aber auch privat laufe ich nicht rum wie aus der Hecke gezogen und privat, also ich schalte da keinen Knopf ab und dann bin ich, dann ist mein, also ich gehe nicht aus der Firma und dann ist Feierabend. Das ist fließend, das ist nicht, das geht ja bei mir gar nicht. Aber diesen, den Schüchternen. Ja, das bin ich auch so, aber das ist nicht wahnsinnig kraftanstrengend. Also wenn ich mir vor, also ich zum Beispiel kann mit großen Menschenmengen, also gerade durch Corona immer weniger anfangen. Mir raubt das wahnsinnig viel Energie. Ich war am Wochenende, da musste ich, wollte ich, durfte ich fliegen, war am Flughafen und ich war wirklich fertig danach. Weil ich gemerkt habe, mir raubt das richtig Energie. Ja, das ist auch, aber du musst dich schützen, du musst halt vorher dich schützen. Du musst wie eine Kristall- oder Glashaube über dich machen, dass du geschützt bist und weg bist. Und wenn ich an den Flughafen gehe, nehme ich VIP-Service. Ich nehme den VIP-Service, die fahren mich mit der Linie hin, ich setze mich in die erste Reihe und dann werde ich wieder rausgehoben. Also ich versuche das natürlich so gut wie möglich zu umgehen. Und ansonsten bin ich natürlich schon in der Lage, das auch ein bisschen einzugrenzen. Aber ich schütze mich dann auch energetisch im Vorfeld, dass man nicht so ausgesaugt wird. Natürlich kostet es Energie, aber es ist ein Teil meines Businesses. Und wenn ich irgendwo zu sehen bin, dann kann man davon ausgehen, dass ich bezahlt werde, sonst würde ich nicht erscheinen. Und das heißt, du brauchst, aber du musst dich auch, also für dich ist es auch ein Stück weit Überwindung. Das heißt, du musst dich aufladen, weil du eigentlich schüchtern bist? Nein, diese Schüchternheit, das eine bin ich privat und das andere ist der Job. Und Marilyn Monroe war, wie mir Frau Lolo Britsch, der Erzähler, die sie gut kannte, ein sehr schüchternes Wesen. Und völlig, also ja, aber sie hat sich dann in die Menschenmenge geworfen und das mache ich auch. Ich gebe denen das, was sie wollen. Wenn ich dafür bezahlt werde, dann mache ich einen Job und dann mache ich den 100 Prozent. Das ist aber ein Job. Schwierig wird es für mich, wenn ich mit dem Hund gehe oder zum Supermarkt und die Leute filmen mich einfach. Da werde ich, das widert mich dann irgendwie schon fast schon an, weil ich denke, Leute, ihr könnt mich einfach fragen. Fragt mich doch, ob wir ein Foto machen können. Aber mich so einfach fotografieren, finde ich jetzt einfach doof. Aber in dem Moment, wo ich aus dem Haus gehe, bin ich eine öffentliche Person. Da muss ich eben mit leben. Ich kann die Menschen nicht ändern. Ich muss, ich muss, kann nur meine Haltung zu deren Wirken und Taten ändern. Aber du sagtest gerade, ich gebe denen, was sie wollen. Ja, wenn ich gebucht bin, kriegen die, was sie wollen. Die wollen Glamour, die wollen Hollywood, dann kriegen die Hollywood, ja. Aber ist das nicht eine Abhängigkeit? Naja, das machen Frauen ja ihr Leben lang. Den Orgasmus vortäuschenden Mann erzählen, na sei toll. Ich meine, so schwer ist es ja nicht, ja. Okay. Ja, aber ist das nicht, also dennoch, also wenn diese. Nein, das ist keine Abhängigkeit, das ist ein Job. Abhängigkeit, das ist ein Teil, das ist, das hat damit Abhängigkeit nichts zu tun. Das ist ein Job, ich werde gebucht, ich komme ein Abend und dann mache ich meinen Job. Und wenn ein Schauspieler eine Rolle spielt und er, was weiß ich, spielt jetzt da ein Opfer, dann ist es doch keine Abhängigkeit für ihn. Nee, aber er ist natürlich, also der Schauspieler ist natürlich dennoch abhängig vom Regisseur. Nee, nicht, wenn man wie Frau Lorraine den Regisseur heiratet, dann nicht, kann man ja auch machen. Ja, das gibt es auch, aber im weitesten Sinne ist man, man geht zu einem Casting, man muss, man hat schon so. Nein, aber ich, das, nehmen wir mal diese Abhängigkeit raus, nehmen wir nur diesen Punkt, es geht ja jetzt nicht um die, du hast mich ja angesprochen darauf, dass die Abhängigkeit daraus entstünde, dass ich mich da hinstelle und mich jetzt zur Verfügung stelle, um mich fotografieren zu lassen. Der Schauspieler stellt sich dann ja auch zur Verfügung, eine Rolle zu spielen, deshalb ist er ja nicht in der Abhängigkeit. Okay, verstehe ich. Und was, ja, das habe ich verstanden. Und was möchtest du gern, was ich sehe, wenn ich ein Foto von dir sehe? Das ist mir völlig egal, was du siehst, das ist völlig egal. Du darfst sehen, was du willst, was soll ich mir Gedanken machen, was du sehen willst. Jetzt siehst du, jeder sieht sowieso, was er will. Das ist das Wichtigste, was ich sehen will, ja. Das heißt, du guckst dir Fotos an oder dich im Spiegel an und fragst dich, ist das der Harald, der ich gerne... Nein, nein, ich brauche mich da nicht fragen. Ich gucke mich an und dann weiß ich schon, ob das alles so ist, wie ich es gerne hätte. Und ansonsten rufe ich den Arzt an oder einen von meinen Ärzten. Aber ich überlege da nicht. Ich habe nicht Zeit, um lange zu überlegen, ob das... Und das ist... Mit 20 ist das ja alles noch gleich jeden Tag. Mit 30 wird es schon schwierig. Mit 40 erkennt man sich schon fast gar nicht mehr. Mit 50, ja, schlägt die Bombe ein. Also entweder man nimmt das dann hin und dann... Oder man sagt, nee, und da ich mich ja als eine vollendete Kunstfigur erschaffen habe, nehme ich das Alter natürlich nicht hin und in dieser Fall. Mein Haus lasse ich ja auch renovieren, wenn der Putz abfällt. Und das kann ja auch jeder entscheiden, wie er das mag. Und dann kommen natürlich so Äußerungen, wie... Ja, aber dann siehst du ja nicht mehr aus wie früher. Und man muss in Würde altern. Und dann sage ich, ja, du siehst ja auch nicht mehr aus wie früher. Guck mal in den Spiegel, ja. Ja, sagt, hab ich ja gemacht. Na, sag, dann putz deinen Spiegel, ja. Du scheinst mir wahnsinnig tolerant zu sein. Ja, bin ich auch, weil das ist doch furchtbar anstrengend. Das ist doch furchtbar. Es ist doch nicht für mich... Ich bin doch kein Kritiker. Es ist doch nicht meine Aufgabe, andere zu sezieren, zu kritisieren, zu... Die können doch, wie sie wollen. Jeder kann, wie er will. Das ist doch das Geschenk Gottes. Die Leute fragen immer, wenn es scheiße läuft, fragen sie, ja, wie kann Gott es zulassen. Wenn sie im Lotto gewinnen, fragen sie nicht, wie kann Gott es zulassen, ja. Ja, aber das ist das Gesetz. Jeder kann alles machen, was er will. Du kannst mich umbringen, du musst die Konsequenzen hinterher tragen, ja. Jeder kann machen, was er will. Und das ist dieses Geschenk dieses Lebens, dass wir alle... Und deshalb, was soll ich mir drüber Gedanken machen, warum andere etwas machen oder nicht machen? Das ist ihr Leben. Da habe ich nichts mit zu tun. Und wenn sie mir nicht passen, drehe ich mich um. Ich bin ja in der glücklichen Situation, drehe ich mich um, kommen die ja gar nicht mehr an mich ran. Aber von mir aus kann jemand den BH über den Pullover anziehen. Viele fragen, wenn sie mich sehen, oh mein Gott, ich bin ganz auf, ich habe ihn nicht richtig angezogen. Sag ich, oh mein Gott, das ist völlig egal. Ich gucke da gar nicht hin. Ich bin ja nicht dazu da, um Mode zu kritisieren, sondern um Mode Vorschläge zu machen, zu entwerfen. Und ich... Von mir aus kann jeder leben, wie er will. Der kann aussehen, wie er will. Ob der nackt über die Straße springt, ob der... Das ist mir völlig egal. Weil es gibt natürlich schon Momente, dass ich mir sage, ja, mein Gott, muss das jetzt sein? Ja, ich finde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt am Tisch sitze und da sitzen dann Damen und hängen ihre ganzen Brüste über die Suppe und alles fliegt da ins Teller, dann frage ich mir natürlich schon, Schatz, hättest du nicht was ansehen können, wo ein bisschen... Aber das ist doch egal, das ist doch ihr Problem, soll sie halt, ja. Es ist natürlich schon der Punkt, dass man manchmal immer hingucken, was vor Augen hat, immer hingucken muss und das vielleicht nicht sehen will. Aber auch das kann man nicht ändern. Also von mir aus kann jeder, wie er will, kann machen, was er will. Es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu sezieren. Ja, aber bist du zum Beispiel, also nun könnte man auch sagen, es gibt ja auch Menschen, die politisch, die vielleicht verachtende Dinge tun, die komisch zu Tieren sind, die komisch zu anderen Menschen sind. Da hast du auch da eine, diese Toleranz hältst du da auch aufrecht? Du kannst Menschen nicht ändern. Du machst dich doch wahnsinnig, wenn du bei all den Menschen in der Welt, die irgendwas Beklopptes tun, dir einen Kopf machen willst und du kannst am besten, am meisten änderst du, wenn du eben das anders lebst, wenn du lieb zu Tieren bist, wenn du ein korrektes Leben fühlst. Damit änderst du am meisten, wenn du ein gutes Beispiel abgibst, weil du dann vielen Menschen als Vorbild dienst und viele Menschen mit denen, indem du, du wirst doch diese Menschen, ich habe das vorher schon gesagt, wenn jemand gut in etwas ist, dann wird er das immer wieder tun. Und wenn jemand gut darin ist, betrügerisch zu sein oder gut darin ist, bösartig zu sein oder hässlich zu sein, dann wird er das immer wieder tun und du gibst ihm ja nur Energie, er will das doch. In dem Moment, wo du dich darauf einlässt, so saugt er seine Energie, dann nimmst du ihm, gibst du ihm, die dir fehlt, die saugt er dir weg, lass doch die machen, was sie wollen, ist doch nicht deine Aufgabe, dich drum zu kümmern. Man hat doch genug mit sich selbst zu tun, da muss man sich auch noch um andere kümmern. Aber in der Erschaffung einer eigenen Persönlichkeit dient ja auch nicht nur der eigene Spiegel, den man sieht, sondern auch das, was es an anderen Menschen geben, also im Guten wie im Schlechten. Also man grenzt sich ab, man sagt, ah, das finde ich ganz gut, bewegt sich. Ja, aber ich sehe ja keine anderen mehr, man spiegelt das ja, du sagst ja eben, da ich ja was anderes spiegle, sehen du mich solche Menschen nicht. Ja, aber in der Wertung des, also du liest, du hast die Bibel gelesen, du hast den Koran gelesen, du hast Zitate von Mutter Teresa am Start, also das ist ja schon so, dass dich das, was andere Menschen von sich geben, in irgendeiner Form doch auch beeinflussen und in deinem Denken beeinflussen. Nein. Nein? Nein, wieso denn das? Wieso soll mich denn das beeinflussen? Na, weil du, das, also du kannst jetzt hier zumindest, kannst dir Mutter Teresa zitieren, das kann ich nicht. Du kannst Sachen aus der Bibel zitieren, das kann ich nicht und in irgendeiner Form, also, und das ist, aber warum? Aber die beeinflussen mich ja nicht, ich meine, die inspirieren mich vielleicht, aber beeinflussen mich nicht. Und negativ ist schon gar nicht, was soll mich da beeinflussen? Naja, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du willst gerne einen Ort hingehen, also du möchtest gerne, du liebst, du denkst, ach, Neukölln ist ein wunderbarer Ort und du gehst da hin und du wirst aber die ganze Zeit irgendwie komisch angemacht. Nee, das werde ich nicht, wenn ich da hingehe, habe ich sowieso, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, habe ich in der Regel ja auch noch, ich gehe da nicht allein, habe ich jemanden dabei, einen Bodyguard dabei und, und wenn dann einer, jetzt, also erstmal, das kann meine Agentin bestätigen, passiert das überhaupt fast gar nicht und die Leute kommen, sind fast hier, aber nein, ich werde nicht blöd angemacht, ich werde gar nicht blöd angemacht und wenn habe ich jemanden dabei, der sagt, so, es ist jetzt mal gut, aber eigentlich brauche ich das gar nicht mehr, das passiert gar nicht, ich ziehe das nicht an, es passiert nicht. Voll interessant, aber warum liest du dann? Warum lese ich, weil wir bekloppt auf die Welt kommen und weil wir ein bisschen was lernen sollten und weil mich interessiert und weil ich, weil ich ja mich ein bisschen geistig weiterbilden will und man muss sich ja auch mal unterhalten können, ich meine, ich hatte Dinner mit Nicolas Cage, mit Katrina Cedar Jones, Michael Douglas, mit der Fürstenfamilie von Monaco, ja, man muss sich ja unterhalten, über Politik kann man sich nicht unterhalten, über Sex kann man sich nicht unterhalten, über das Essen soll man sich nicht unterhalten, ja, man muss doch ein bisschen, ein paar Sachen haben, wo man sich unterhalten kann, dann sollte man ein bisschen belesen sein. Aber du liest, um dich dann darüber zu unterhalten? Nein, ich lese, weil mich es interessiert, weil ich lese, weil es mich interessiert und wenn ich jetzt etwas lese und da kommt irgendein Name oder irgendwas vor und ich kenne das nicht, dann google ich auf der Stelle und dann gucke ich, was es gibt und dann lese ich alles über die Person, weil ich das wissen will. Und was machst du dann damit? Nichts, musst du damit nichts machen, reicht doch, wenn ich es weiß. Und es ändert aber nichts, wenn du eine wahnsinnig inspirierende Geschichte von einem Menschen liest, der was ganz Tolles gemacht hat, dann hat das aber nichts mit dir zu tun? Nein, nicht zwingend, ja, nicht zwingend. Ich meine, dann kann vielleicht eine Facette an dem Spann sein, die ich sage, die kannst du dir aneignen, aber im Großen und Ganzen, ja. Was ist dir wichtig an Freundschaft? Loyalität, ja. Und wie zeigt sich die? Naja, indem man loyal ist, indem man integer ist, loyal ist. Die zeigt sich zum Beispiel so wie ich im Dschungel, im Dschungel, das ist übrigens auch so eine Sache, im Dschungelcamp, ich wurde ja 13 Jahre lang angefragt für das Dschungelcamp, das erste Mal für das Englische und weil ich ja in England eine Doku hatte, bevor ich in Deutschland eine hatte. Da hätte ich eine schon auswandern sollen. Und dann habe ich mir gedacht, als ich im Lockdown saß, also wenn du hier im Garten rumsitzt und keiner sieht dich und du kommst nicht vorwärts und nichts passiert, dann kannst du auch in den Dschungel gehen und kannst den Menschen über dein Leben erzählen und kannst dich von der anderen Seite präsentieren. Ja, so das war so der Grundgedanke. Und dann hatte ich schon ein bisschen Bedenken, weil der Dschungel, das an sich ja eine wahnsinnig tolle, die beste Reality ist, aber die Protagonisten halt nicht immer so doll waren. Aber dachte ich mir, nee, also lange Rede, kürzer Sinn, es war das Beste, was ich machen konnte. Die Leute sind begeistert. Ich habe nicht eine negative Stimme hinterher gehört und so habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage? Um Freundschaft ging es. Ja, und da war ja Anushka drin, Anushka Renzi und Anushka ist jetzt nicht der Reality-Mensch und die kommen damit auch nicht klar, die tickt jetzt auch nicht wie die Reality-Menschen. Und da hat man ja gesehen, wenn ich mit jemandem befreundet bin, nehme ich denen Schutz, egal was ist, von vorne bis hinten. Und das ist Loyalität, sonst brauche ich keine Freunde. Wenn wir befreundet sind und du schlägst dir die Lampe runter, dann werde ich einen Grund finden, warum das sein muss. Dann werde ich zu dir stehen und wenn ich das nicht tue, brauchst du mich nicht als Freund. Ich meine, was brauchst du mich dann als Freund? Was würdest du sagen, wie viele Freunde hast du? Och, die sind ausreichend. Ich denke, das ist ganz in Ordnung, so wie das ist. Mehr Freunde als Zimmer im Schloss? Och, das müsste man so mal genauer beleuchten, das weiß ich, aber ich würde fast sagen ja. Die Frage ist immer, wo fängt Freundschaft an und wo ist wirklich jemand Freund? Aber ich würde fast sagen ja. Also ich habe eine ganze Reihe von Menschen, die mir sehr gewogen sind und wo ich das Gefühl habe, die meinen das auch wirklich ehrlich mit mir und stehen zu mir und das ist schon mal wichtig. Und was kannst du nicht verzeihen? Alles, weil, was soll ich, da sind wir wieder beim Thema, wieso verzeihen, wieso was, ja. Es gibt ja Dinge, es gibt ja den Punkt, irgendwo hört die Freundschaft, hier hört die Freundschaft auf. Ja, aber das hat ja mit Verzeihen nichts zu tun. Also das hat ja mit Verzeihen nichts zu tun. Freundschaft ist ja, also um was zu verzeihen, muss mich ja was intrigieren, muss mich was getroffen haben, mich trifft nichts, weil jeder kann machen, was er will und die Frage ist ja, wie ich damit umgehe. Und Freundschaft ist eine Sache, das ist, ich führe auch Listen mit Plus-Minus-Konten bei meinen Freunden. Und solange das Plus überwiegt, sind die auch drin und ansonsten fliegen die irgendwann raus aus meinem Leben. Aber das hat nichts mit Verzeihen zu tun. Das ist dann egal, was die gemacht haben, ob ich das verzeihe oder nicht verzeihe. Aber wenn die mir mehr Schaden als gut tun, dann fliegen die raus, ja. Okay, was steht auf einer Minusseite? Naja, wenn jemand dich belügt, dich ausnutzt. Steht da Matze gelogen? Ja, zum Beispiel so. Aber ich brauche das nicht hinschreiben. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ich erinnere mich an alles, an jeden, an alles. Und was steht auf einer Plusseite bei dir? Also wenn es zum Beispiel heute. Wenn jemand besonders liebevoll ist, für mich da ist, freundlich, sich um mich kümmert. Also du erinnerst schon, auch wenn jemand dich anruft und dich fragt, wie geht es dir, das erinnerst du dich? Okay. Du hast gerade gesagt, als es um den Dschungel ging, du wolltest eine andere Seite von dir mal zeigen. Ja, dass es eben auch neben der glamourösen Seite auch eine sehr andere gibt. Ich bin ja jemand, der sehr in sich ruht und eine fast buddhistische Ruhe hat. Und das ist mir auch gelungen zu zeigen. Das hat die Leute auch sehr fasziniert, vor allem diese Authentizität. Gut. Und warum ist dir das wichtig, warum ist dem Prinzen wichtig, dass die Menschen da draußen sehen, dass es eben auch diesen anderen gibt, den ausgeglichen? Naja, weil ich die Chance bekommen habe, das zu machen. Ich hätte ja auch zu Hause sitzen können im Garten. Und jetzt dachte ich mir, wenn ich hier blöd rum sitze, kann ich ja auch in der Kälte, kann ich ja auch in der Wärme sitzen und den Menschen eine andere Seite zeigen. Ja. Natürlich wollte ich auch PR, die habe ich auch bekommen. Also das habe ich ja gleich zugegeben, weil ich ja für meine Geschichte diese PR auch mehr oder weniger brauche. Das muss ja irgendwie auch weitergehen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja sehr mit einer fast nicht entwaffnenden, sondern fast brüskierenden offenen Ehrlichkeit. Ja. Aber was ist die Sache, für die du dann Werbung brauchst? Ich muss schauen, dass ich nicht in Vergessenheit gerade. Als Prinz? Ja, als Harald Glöckler. Also im Moment ist die Gefahr noch nicht begeben, weil das aber jetzt sowieso nicht mehr. Aber ich muss ja nicht erst abwarten, bis es soweit ist. Wir leben in einer Zeit, die so schnelllebig ist. Und ich habe mir plötzlich überlegt, im Lockdown habe mich plötzlich nicht mehr interessiert, was Madonna macht. Und ich dachte, Lady Gaga, naja, ist jetzt auch nicht so spannend. Und da dachte ich, okay, dann bist du vielleicht aber auch nicht mehr so spannend. Also musst du gucken, dass du in die Gänge kommst. Ja. Aber woran merkst du, dass du wieder mehr gesehen werden musst? Woran zeigt sich das? Siehst du, also ich merke nicht, dass ich mehr gesehen werden muss. Ich merke, dass es vielleicht besser ist, rechtzeitig dafür zu sorgen, so gesehen zu werden, damit ich nicht den Punkt erreiche. Ich bin sehr klar in allem und ich lege, lebe, ich habe zwar eine Vision und eine Welt erschaffen, bin im selben Maße aber 100% Realist. Und ich weiß ganz genau, wie ich wahrgenommen werde und wie nicht. Und ich weiß genau, was mein Standing ist. Ich weiß, was ich wert bin, was ich nehmen kann. Und ich weiß, was ich machen muss und nicht machen muss. Und das unterscheidet mich auch von anderen. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, also nur als ein Beispiel, weil ich weiß gerade noch nicht genau, wie ich die Frage stellen kann. Ich habe mich früher gewissermaßen wertvoll gefühlt, wenn ich viele Termine im Kalender hatte. Das fand ich irgendwie gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt werden es mir aber auch echt ein bisschen zu viele Termine. Und jetzt stressen mich eigentlich zu viele Termine im Kalender. Aber früher hat sich mein Wert da rausgezogen. Ich merke, wenn es meiner Firma nicht gut geht, merke ich natürlich an, ich sehe es an Zahlen, ich sehe, was auf dem Konto ist und so weiter und so fort. Woran erkennst du das? Ich bin wertvoll von, ich muss mich nicht wertvoll fühlen. Wir sind alle wertvoll. Wir sind von Natur wertvoll. Deshalb macht es gar keinen Unterschied. Ich weiß, du bist, du bist, das finde ich toll, du bist sehr genau, was Worte betrifft. Aber ich, ich weiß schon, nein, das hat, ich habe mich derart manifestiert in den Köpfen der Menschen wie kaum jemand anders. Du darfst nicht vergessen, ich habe Häuser geantwortet. Die einen haben Tapeten von mir zu Hause, die anderen haben Teppiche zu Hause, die anderen haben T-Shirts zu Hause, die anderen haben Geschirr zu Hause, die anderen haben, jeder hat irgendwas zu Hause. Und in jedem Haushalt kennt mich irgendjemand. Und sie laufen dran vorbei jeden Tag und sehen das. Und deshalb bin ich da schon mal sehr manifestiert. Und woran erkennst du, ich habe, so wie natürlich der Vierzehnte sich auf Denkmäler hat machen lassen, auf Münzen prägen lassen. Ich spüre das. Ich habe dafür einen Sensor, wann ich was machen muss. Aber du sitzt dann bei dir im Garten und merkst, die Teller in den Häusern, die werden ein bisschen weniger. Nein, nein, das merke ich nicht. Ich spüre, ich weiß, wann etwas zu machen ist. Das hat mit dem Teller nichts zu tun. Ich habe ein Gefühl davon, einen sechsten Sinn, wann ich weiß, wann ich besser nach vorne oder besser zurückgehe. Man muss auch irgendwann zurückgehen, man muss auch mal Ruhe geben, sich mal eine Zeit lang nichts zeigen, nichts machen, damit man nicht overdone ist. Weil von den Patienten haben wir ja genug, die man am liebsten nicht mal sehen würde. Es sind meistens die, die nichts zu bieten haben, die dann auf dem roten Teppich immer präsent sind. Aber das ist ja, man sagt auch, die leersten Dosen scheppern immer am lautesten. Und du sagst, du liest, das hat nichts mit dir zu tun, das spielt gar keine Rolle. Doch schon. Weiß ich nicht, nein. Das ist ein guter Spruch auf jeden Fall. Aber ich habe da natürlich ein Gefühl dafür. Ich weiß genau, wann was anliegt. Ich weiß auch um meine Wirkung. Ich weiß auch genau, wann ich was machen muss. Ich kann auch Menschen mit einem, also wenn ich auf Messen gehe oder was, da waren ganze Wege, Hallen gedrängt. Da muss die Polizei kommen mit Mannschaftswagen, vielen Menschen in Ohnmacht. Und ich kann die Menschen mit einem, mit einer Bewegung oder einem Ausspruch dazu bringen, dass sie alle schreien und, also toben und jubeln. Und wie machst du das? Nein, das kann man jetzt hier nicht so sagen. Indem ich die Hand hoch mache oder irgendwas oder einen Kuss hinwerfe oder irgendwas und die Leute toben und schreien und flippen aus. Und wenn wir jetzt diesen Moment nehmen. Ich habe eine unglaubliche Präsenz. Ich habe eine sehr starke Präsenz. Und das haben eben nicht viele Menschen. Aber das ist das, was ich vorher gesagt habe. In dem Moment, wo ich da ankomme, dann, also zu mir sagte mal, ich war bei ARD Präsant und die sagten, wenn ich ankomme, kommt Hollywood an. Das hat sonst, kennen Sie niemand in Deutschland. Die Knef war so. Ich kannte die Knef noch, als sie frisch aus Amerika kam, als es ihr gut ging, kam die an. Boah, die hat alles überstrahlt. Und wenn ich jetzt abends vorhin gehe, dann ist da eine unglaubliche, ein Glamour ein. Und das fasziniert die Leute. Und die kriegen das, was sie wollen. Ja. Die kriegen das, was sie wollen. Aber jetzt, bitte. Was passiert in dem Moment mit dir? Was, wenn du da reingehst und du bist in dieser Halle? Nichts. Ich gehe da rein und mache den Job. Ich sehe die Menschen. Ich mache meinen Job. Ich mache mein Entertainment. Und dann gehe ich raus und dann ist es gut. Aufgefüllt, glücklich, zufrieden, unzufrieden? Nein, ich mache einen Job. Da denkt man nicht darüber, ich bin glücklich. Oder glücklich ist man danach oder davor. In dem Moment macht man einen Job. Wenn ich einen Job mache, dann mache ich einen Job. Dann denke ich nicht darüber nach, ob ich glücklich bin. Sehr preußisch. Oder? Ja. Wie kultivierst du deinen sechsten Sinn? Den brauche ich nicht kultivieren. Ich glaube, der ist sehr kultiviert bei mir. Den habe ich mitbekommen in diesem Leben. Der ist einfach mitgeliefert? Der ist mitgeliefert, ja. Wie geil. Und warum, also könnte ich das in irgendeiner Form mir annehmen? Also könnte ich in irgendeiner Form, also es gibt ja, man kann sich mit Glauben beschäftigen, man kann meditieren, man kann ganz viele Sachen machen, aber wenn zu viele Sachen reinkommen, dann werden ja die Scheiben irgendwann zu beschlagen, man kann nicht mehr richtig durchblicken. Also du scheinst ja durchzublicken. Ja, ich gucke, dass da nicht zu viel reinkommt von außen. Liest du viel im Netz? Nein, gar nicht. Also ich lese keine Nachrichten, keine Zeitung, ich gucke keinen Fernseher, gucke keine Nachrichten an, gar nichts. Aber das, was man mitkriegen muss, kriegt man trotzdem mit. Bleibt ja nicht aus, du schlägst das Handy auf, und da kommt irgend... Also man muss ja auch den ganzen Horror nicht reinziehen, das macht es nicht besser. Und von den Sachen, die du machst, also ich kenne dich und ich weiß auch gar nicht, woher am Ende, aber du hast total... Ja, das war das, was ich vorher gesagt habe. Genau, man kennt dich und das ist auch vollkommen klar. Also meine größte Angst war heute, dass hier jemand reinkommt und ich sage, tut mir leid, wer sind sie? Das war meine größte Angst und meine Frau wusste, wer kommt und sagt, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Und da war ich schon mal froh. Aber ich weiß, verzeih mir bitte, also deswegen die Frage, was machst du? Außer, also ich weiß, du machst die Welt schöner, aber gibt es Produkte von dir zu kaufen? Du hast schon erzählt, du gehst nirgendwo hin, ohne Geld dafür zu bekommen. Ich habe... Also Teller habe ich schon gehört. Ich habe Häuser entworfen, die gebaut wurden. Es gibt... Also jemand kommt zu dir und sagt... Also wenn du nachher mal googelst, wirst du sehen, weil du kannst von mir Möbel, Teppiche, Gläser, Geschirr, Kosmetik, Mode, Parfum, Brillen kaufen. Und das... Also ich habe Wolfgang Job... Und Tapeten in über 80 Ländern der Erde und ja. Und damit ich es verstehe, du hast... Ich habe mal Wolfgang Job interviewt und der hat ganz viel lizenziert einfach. Der hat seinen Namen irgendwann genommen und hat gesagt, hier mach doch die Jeans, druck meinen Namen drauf. Viel Spaß damit. Und hat sozusagen das nicht mehr selbst gemacht, ab einem gewissen Punkt. Wie machst du das? Also gibt es eine Harald Glöckler GmbH und man kann im Online-Shop das kaufen? Ich mache ein reines Lizenzgeschäft. Ich habe von Anfang an Lizenzgeschäfte. Ich habe angefangen mit großen dramatischen Haute-Couture-Shows. Ich komme ja... Ich habe ja nicht... Ich wollte ja keine kommerzielle Mode machen. Ich wollte ja... Ich wollte eine schöne Welt machen, Frauen zu Prinzessinnen machen. Also habe ich Prinzessinnenkleider gemacht. Und dann hat man gesagt, ja mein, da ist ein junger Mann, der ist verrückter, der macht... Weil man ja in Deutschland das nicht begreift. In Frankreich sagt man, wow, der ist talentiert und den holen wir uns, den vermarkten wir. Dann hat man gesagt, das kann man ja nicht anziehen, in der U-Bahn, in der S-Bahn. Dann habe ich festgestellt, dass mich keiner, dass es schwierig ist, dass mich keiner haben, die Mode keiner vertreiben wird in Deutschland. Aber ich muss mich ja finanzieren. Ich habe einen Laden im Übrigen gemacht. In Stuttgart wir haben einen Laden aufgemacht und erfolgreich und da auch Kleider verkauft. Aber dann ging es einen Schritt weiter. Dann hatten wir relativ früh schon die erste Lizenz mit einer holländischen Firma, mit Tüchern, Seitenschal. Ich hatte Shows in Tokio. Wie alt warst du da ungefähr? Mitte 20, ja. Und da haben die Holländer gesagt, ach der ist ja irgendwie interessant. Naja, die haben mich gesehen und im dritten haben gesagt, lass uns zusammen was machen. Und da war ich dann schon in 30 Ländern mit Produkten. Und dann habe ich eines Tages bei einer Veranstaltung den Vorstandsvorsitzenden von HSE24 Teleshopping gesehen. Ich wusste bis dahin gar nicht richtig, was Teleshopping ist. Und das Teleshopping war damals auch, da gab es Töpfe und irgendwelche Shirts in drei Größen und das war's. Zu kaufen ist. Und ich hatte aber den Engeln, weil ich kommuniziere ja auch immer mit dem Kosmos, gesagt, ich möchte in eine Fernsehsendung und in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz läden. Und die sind auch manchmal ein bisschen faul da oben. Und da habe ich das nicht so klar definiert, dann haben die mich zum Teleshopping geschickt. Da hatten die alles auf einen Schlag. Kenne ich dich sozusagen aus dem... Das weiß ich nicht, das musst du wissen. Also es könnte sein, dass ich dich im Teleshopping gesehen habe und du... Das könnte sein, ja. Moment, ganz kurz. Und du standest im Teleshopping... Teleshopping, Tele 5 oder wie... Nee, HSE24, sag ich gar nicht. Achso. Ach, okay, kenne ich gar nicht. Also... Und da standest du und hast gesagt, ich bin Harald Glöckler, kaufen Sie Schal... Nö, ich muss dir nicht sagen, ich bin Harald Glöckler. Das haben... Okay. Die haben vorher schon gecheckt, wie groß der Bekanntheit gerade ist, sonst hätten die mit mir schon gar nichts gemacht. Und danach war ich bei QVC und als ich dann... Also man hat ja immer erst gesagt, der macht ja großartige, große Roben, das kann der alles, aber tragbare Mode kann der ja nicht machen. Und dann habe ich tragbare Mode gemacht. Dann hieß es ja, der macht ja nur noch Teleshopping, so tragbare Mode, so exklusiv kann der, macht der ja nicht mehr. Also das war, als wäre ich auf eine Leprastation gelandet, erst mal da mit dem Teleshopping. Die, die damals blöd getan haben, versuchen heute alle reinzukommen. Ich war auch der Erste, der bei einem Discounter war, bei Lidl mit Schmuck online, der allererste. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe in der Zwischenzeit, ich hatte ja mit ganz, ganz vielen Partnern auch Kooperation. Ich mache alles in Lizenzen, ein reines Lizenzgeschirr. Wie Pierre Cardor. Pierre Cardor ist eigentlich da mein Vorbild. Der hat über, ich glaube, 2000 Lizenzen gehabt irgendwann. Und es gibt ja auch Cafés, pompös Cafés und es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und das ist der Punkt. Ich habe, mir war irgendwann halt klar, du musst dich gucken, dass du dich finanzierst, dass du nach vorne gehst, dass du Gas gibst. Und so ist auf der einen Seite, also was du machst, ist zu sagen, ich scheine als Harald Glöckler. Ich bin der Prinz, der auf der Veranstaltung ist, der Interviews macht oder im Dschungel. Und sozusagen dein Geschäft ist aber vor allen Dingen, dass danach Menschen anrufen und sagen. Nein, nein, die rufen nicht mehr an. Das ist vorbei, Teleshopping. Nee, das ist klar, aber ich bin eine Kaufhauskette aus New York. Nein, 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 das ist nicht so. Wenn du einen gewissen Punkt hast, brauchst du nicht. Ich muss gar nicht warten, dass einer anruft. Ich habe, ich schreibe Bücher, ich habe so viele Sachen. Wir haben täglich Anfragen für irgendetwas. Und das Leben ist ja auch kein langer stetiger Fluss. Man hat ja immer wieder neue Partner, neue. Es gibt neue Sachen, neue Müllte. Es gibt ja auch Getränke für mich. Es gibt ja so viele Sachen. Ja, Gin und... Und wenn ich jetzt sagen will, ich bin jetzt Marzichischer, ich möchte unbedingt was mit der Harald Glöckler machen. Ja, dann werde ich dich mit Frau Torres in Verbindung setzen. Da wird sie sich beleuchten erst mal, ja. Und wonach entscheidest du, ob du dann was mit mir machst? Naja, ob das, was du machst, auch Hand und Fuß hat und ob das Sinn macht, mit dir was zu machen, ja. Und dann könnte das aber alles sein. Also ich könnte sagen, ich möchte jetzt in Zukunft interessantere Mikrofone haben. Die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, wenn du mir glaubhaft versichern kannst, hast du auch eine Möglichkeit, dass die auch sich verkaufen und dass da auch ein Geld reinkommt. Dass es auch lukrativ ist und dann können wir das gerne zusammen machen. Aber ich setze auf kein Todespferd, ja. Ich bin natürlich ein sehr lebendiges Pferd. Ich habe heute Geburtstag, wie du weißt. Machst du deine Geschäfte selbst dann? Also bist du derjenige... Ja, ich entscheide am Schluss, ob ich es mache. Aber ich habe natürlich auch Menschen, um mich, die mich beraten. Aber am Ende entscheide ich schon. Also fairerweise muss ich sagen, dass ich schon eine monarchistisch-totalitäre Monarchie, eine totalitäre Monarchie bin, ja. Ich gucke gerade kurz rüber und da wird genickt und gelacht, ja. Er ist sehr tolerant. Bitte? Er ist sehr tolerant. Aber am Ende des Tages weiß er alles besser. Muss man schon so sagen. Und die Frage ist, weiß er alles besser? Ja. Verdammt. Er ist voll Profi. Er ist nicht nur Profi, er ist voll Profi. Und wann ist der Prinz... Besser als manche Art-Direktoren, Marketing-Spezialisten, die sich so schimpfen oder die diesen Titel haben. Er kann es einfach besser. Und wann ist der Prinz erzürnt? Wann ist der... Wann wird der... Nein, ich erzürne mich nicht. Das ist so viel Energie. Warum soll ich die Energie... Ach, dann wieder. Okay. Ja. Also ich beschwere mich auch nicht, weil Beschweren bringt ja wieder Negatives ins Leben. Und wenn ich im Restaurant bin sowieso, wenn im Restaurant ist, sollte man sich nie beschweren. Wenn du im Restaurant dich beschwerst, dann spuckt er der Koch beim nächsten Mal rein und dann kriegst du das noch auf den Tisch gestellt. Aber du bist ja ein Mensch. Ich gehe da nicht mehr hin. Du bist ja ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das sehe ich eindeutig vor mir sitzen. Nein, ich bin ein geistiges Wesen, das in eine körperliche Form angenommen hat. Das ist der Unterschied. Aber ich merke trotzdem, dass da Leben drin ist in dieser Form. Ja, wohl beworfen. Ja. Und ich merke zum Beispiel, wenn mich was aufregt oder so, dann merke ich auch die Energie. Und wie ich das bei dir jetzt, scheint es mir zu sein, wenn es etwas gibt, was sich negativ anfühlt, dann bist du jemand, der relativ schnell sagt, pfff. Ja. Weg. 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 Und woran merkst du das? Also wie zeigt sich bei dir negative Energie? Das spüre ich sofort. Dann fühlt es sich nicht gut an. Okay. Und dann versuch, also brauchst du, ich bin irritiert, weil du sagst, plus minus Listen mit Menschen. Also das gibt dann schon auch da. Ja, also nicht beim ersten Mal, wo der was macht. Da muss schon einiges zusammenkommen. Ja. Und wenn es dann irgendwann so weit ist, dass es fast am Überlaufen ist und irgendwann muss man, weil man ist ja selber schuld daran. Also es ist ja nicht der andere schuld, der einen schlecht behandelt. Man ist selber schuld, wenn man sich schlecht behandeln lässt. Hundert Prozent. Sehr gut. Und dir hast du gerade erzählt, dass du mit Engeln sprichst. Ja. Bitte erzähl mir davon. Ich rede immer mit Engeln. Wir haben ja alle Engel um uns rum, Schutzengeln. Und ich rede sehr oft mit denen. Ich rufe die. Erzengel Michael ist immer gleich da. Der ist jetzt auch schon gekommen, wenn ich was sage. Und dann gibt es viele kleine, alberne Engeln. Wenn ich Sport mache, sind die oft auch mit dabei, die immer kichern. Also Engel sind eine großartige Sache. Auch die Mutter Gottes schickt mir immer mal über ein Medium Nachrichten. Und ich bin sehr, sehr gläubig. Auch mit Jesus. Und ich bin da mit vielen im Gespräch. Das kann ja nicht schaden. Und der Erzengel Michael, du hast ihn jetzt schon gerufen. Der ist jetzt hier mit im Raum drin. Den rufe ich oft. Der ist sehr gut. Der trennt Verbindung. Den kann man rufen mit seinem Feuerschwert. Wir nehmen ja Energien von anderen an. Mit jedem Mensch. Auch mit dir, wenn wir uns jetzt treffen. Und vermischen sich die Energien. Und von unserem Bauch, Nabel oder vom Solarplexus aus, gehen Stränge. Und das sind Energien zu anderen Menschen. Und da rufe ich Erzengel Michael und der kommt mit seinem heißen Schwert und mit dem Feuerschwert und durchtrennt das. Damit man Energien weg sind. Und Menschen, die negativ sind, die bösartig sind, die segne ich immer alle groß. Ich segne die. Ich bin nicht böse. Ich segne die und lasse die Gene stellen, bevor wir sie mit dem Schiff ganz weit weg fahren. Ganz weit weg. Ich segne die immer. Sag Gottes Segen. Und wunderbar. Und so wird man dir am besten los. Wie siehst du Engel? Also ich sehe mein Bild von Engeln. Ich bin christlich erzogen, evangelisch aufgewachsen. Wenn ich Engel sehe, dann sehe ich die Bilder, die mir die Kirche sozusagen vorgelegt hat. Ja, der furchtbar. Siehst du, da habe ich doch gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Harald das so. Wie siehst du Engel? Ja, wenn der Erzengel Michael hier steht, der ist so groß, der geht durch das ganze Haus fast. Das ist ja ein riesiger Flügel. Ja, hier. Und die kleinen Engel, die sind wie kleine Kinder, kichernd und albern und ja. Die haben Flügel? Ja. Die haben Flügel? Ja. Sind die ganz zierlich? Nö, der Erzengel ist sehr, der ist sehr, ein Kämpfer. Was trägt der? Was hat der für Klamotten an? Der Klamotten hat ja nicht an. Der hat einen großen Flügel, ein großer Flügel. Der hat also die Farbe eines Adlers, würde ich jetzt mal sagen. Einen großen Flügel und ich versuche, ich muss das ja auch nicht im Detail, das Bild sehen. Und die kleinen sind eher so ein bisschen pausbäckig und so ein bisschen trall die Engel. Und die sind dann, wenn du Sport machst, die stehen dann auf der... Da lachen die manchmal mit rum, ja, albern rum. Und die Mutter Gottes, ich habe hier auf meinem Garten eine große Statue stehen, ja. Und mir ist auch vor geraumer Zeit im Traum der Prophet Mohammed erschienen und mit einem tollen Bild. Also ich träume da auch, auch von Jesus träume ich und das ist doch wunderschön, das ist doch toll. Irgendwann natürlich. Und was sagt dir Jesus im Traum? Ah, das erzählen wir jetzt nicht. Das ist auch ein bisschen privat. So gut. Was ist dir das Wertvollste, was du besitzt? Das ist schwierig. Man könnte jetzt sagen, das Leben, aber das ist so profan und so. Ja, ich würde sagen, der Glaube. Der Glaube, egal, dass man ein Glauben hat, ob es eine bessere Welt ist, an Gott ist, dass man Glauben hat. Glauben beinhaltet ja viel. Glauben ist Hoffnung, Glauben ist Vision, Glauben ist. Und ja, an sich Glauben, an andere Glauben, an das Gute Glauben. Ich denke mal, würde ich mal sagen, das. Kannst du mir verraten, woran du glaubst? Kannst du das zusammenfassen oder so irgendwie benennen? Ja, dann müssen wir drei Tage Podcast machen, ja. Um es kurz zu machen, ich glaube, ich glaube an das Gute. So, kurz und schmerzlos. Und wenn wir noch ein bisschen, wir müssen ja nicht drei Tage sitzen, aber wenn wir vielleicht noch ein paar Minuten mehr haben, das Gute, jetzt gibt es… Naja, es gibt, wir leben in einer Dualität. Es gibt das Böse und das Gute. Und das Böse kann ohne das Gute nicht sein. Und ich glaube an das Gute. Ich erinnere mich nicht an negative Dinge. Ich vergesse die auch. Wie ich schon sagte, ich weiß nicht, wenn ich mich erinnern kann, es nicht passiert. Und ich glaube auch, ich bin ein durch und durch immer positiver Mensch. Ich glaube immer an das Gute. Warum soll ich an das negative denken? Und wenn jetzt, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo es einen Krieg an den Toren von Europa gab. Ja, es gab, sag mir, ein Jahrhundert, wo es keinen Krieg gab. Verstehe ich. Ja. Und wenn jetzt hier die Tür aufgehen würde und der zweite Überraschungsgast wäre heute Wladimir Putin? Ja, dann wäre es Wladimir Putin. Es gibt ja noch ein paar andere, die reinkommen können, die... Hundertprozentig. Ja, aber das ist sozusagen das große Bild, was wir... Wir haben, glaube ich, im Moment 50 Brennpunkte oder was in der Welt. Das ist nicht der eine. Und bist du, kannst, also glaubst du auch an der Stelle, glaubst du da auch an das Gute? Glaubst du, dass das Gute ausgeht? Ja, natürlich. Kein Mensch ist nur gut und kein Mensch ist nur schlecht. Und das ist ja ganz wichtig. Es ist ja auch ganz wichtig, auch in dem Fall an das Gute zu glauben. Denn wenn ich nicht davon ausgehe, dass vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein Krieg gut ausgehen kann, dann ist es ja furchtbar, dann trage ich ja zum Negativen bei. Wahnsinn, dass dir das gelingt. Also das ist, also dieses, wirklich das Negative so weit wegzuschieben. Wenn ich jetzt, wenn hier Putin reinkäme, würde ich mich mit ihm hinsetzen und ich würde ihm, was ich denke, was man viele Jahre vielleicht Politiker teilweise versäumt haben, und dann würde ich mich mit ihm in ein Gespräch begeben, ich würde die Chance nutzen und versuchen, ihn davon zu überzeugen, Frieden zu schaffen. Ich meine, das wäre doch eine wunderbare Chance. Ich meine, ich kann natürlich sagen, so, wenn der hier reinkommt, nee, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, das wäre ganz furchtbar. Nein, meine Denkweise ist eine andere. Es wäre wunderbar, wenn er reinkommt, dann hätte ich die Chance, ihn vielleicht davon zu überzeugen, dass man Frieden schafft. Oder ihn fragen, was können wir tun, was müssen wir tun, damit man Frieden bekommt. Willst du nicht auch Frieden haben? Und das gelingt dir auch wiederum, wahrscheinlich wirst du sagen, ja klar, also ich ahne es jetzt schon, aber das gelingt dir auch scheinbar mit allen Menschen, dass du so, dass du, also, Ja, die Menschen spüren ja, wenn sie auf dich zukommen, ob du schon eine Abwehrhaltung gegen sie hast, ob du sie schon verurteilst oder ob du offen auf sie zugehst. Und die Menschen wollen, wir Menschen wollen alle wahrgenommen werden. Wir wollen geachtet werden, wir wollen beachtet werden. Manche wollen auch gern, Diktatoren wollen natürlich gern auch hoffiert werden, wollen umschwärmt werden. Das nennt man ja eigentlich auch Diplomatie. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass die Diplomatie und Politik inzwischen teilweise weit auseinanderstehen, dass es teilweise an Diplomatie fehlt, ja. Also würden Menschen in der ganzen Welt diplomatisch schon miteinander umgehen, auch Politiker untereinander, dann wäre es vielleicht auch nicht so, dann wäre es auch vielleicht ein bisschen einfacher. Hast du manchmal Sorge, dass du Sachen unterdrückst? Was soll ich denn unterdrücken? Negativität. Wie denn? Ne, in dem dann, also Negativität gibt es ja. Es gibt das Gute, das Böse, das gibt es. Ja, ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich muss mich ja nicht hineingeben. Ich meine, wenn du in einem Restaurant bist, dann gibt es alle möglichen Dinge, die du kaum essen kannst, du musst ja nicht alle essen. Deshalb sagst du ja nicht, das gibt es nicht, aber du musst es ja nicht essen. Stimmt. Hast du mal eine Psychotherapie gemacht? Ja, aber nur einmal, weil die hätte selber eine gebraucht, die Herderin, ja. Mit der war ich gleich fertig, ja. Warum? Na, weil die wahrscheinlich im Dritten Reich ihre Ausbildung gemacht hat. Die hat zu mir gesagt, da war ich 16, Homosexualität sei heilbar. Das sei eine Krankheit, dann könnte man heilen. Da war es dann auch schon erledigt, ja. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und danach nochmal irgendwann in der Falle. Nein, da war ich geheilt. Da warst du geheilt von der Therapie? Ja. Ich weiß ja nicht viele über dich, wie du weißt, also wenig vorbereitet, aber Paul hat mir gesagt, dass du Musik gemacht hast. Ich habe 1994 ein Album gemacht, Pompös is my life, weil ich dachte, Mode und Musik passen ganz zusammen, ganz gut zusammen. Und das war auch recht erfolgreich. Also, ich war jetzt keine neue Madonna, aber es war alles sehr erfolgreich und sehr cool, ja. Was war misserfolgreich, was du gemacht hast? Es war alles erfolgreich. Das ist, wie wenn du den Baum da draußen anschaust. Dann hat der Baum große Äste, die ganz prächtig sind und kleine Äste, die verkrüppelt sind. Aber die kleinen Äste sind deshalb nicht weniger erfolgreich und alles zusammen macht den Baum aus. Wem bewunderst du? Mich. Und darüber hinaus? Ich habe aufgehört, andere zu bewundern. Warum soll ich andere bewundern? Es gibt viele Menschen, die ich aufgrund von, ich würde mal sagen, bewundere für ihre Haltung oder ihre Frau Dietrich, Marlene Dietrich zum Beispiel, oder Frauen, die ihre Kinder allein großziehen. Aber nicht in einer abgöttischen Bewunderung, dass ich sie als Idol sehe, sondern in einer gesunden Bewunderung. Also ich bewundere, ich setze mich jetzt nicht, ich stelle jetzt kein Altar auf für niemanden. Aber für dich? Auch nicht mehr, nicht mehr. Es gibt zwar Gemälde von mir, aber das hat einen anderen Grund. Und da ich nicht aus einer Königsfamilie komme und keine Vorfahren und meine Eltern auch nicht malen wollte und kein Foto von, habe ich dann mich malen lassen. Aus dem Hangel an Alternativen. Und ein Sternreporter hat mal fünf Stunden ein investigatives Interview mit mir gemacht und hat gemeint, es würden von mir so viele Bilder und Fotos und Gemälde aufhängen, wieso ich mich hier mal überall aufgehängt hätte. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich sie vorher gekannt hätte, hätte ich sie aufgehängt. War er so hübsch? Ist auch relativ. Ist auch relativ, das stimmt, das stimmt. Also ein großer Schauspieler hat mal gesagt, ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein, hat mal eine Schauspielerin gesagt, eine Hollywood-Schauspielerin. Der geben wir aber nicht recht, würde ich behaupten, oder? Och, ich habe auch Freundinnen, die sehr unanzählige Männer haben mit viel Geld und die sagen, das ist schön, wenn ich mit dem gebe, bin ich ja noch schöner daneben. Ja, das ist schon ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen. Och, ich weiß nicht, die hat das ganz raffiniert gemacht. Er ist glücklich, sie ist glücklich, sie ist finanziell versorgt, ja, und wenn alle glücklich sind, ist es doch schön, dann hat sie es doch gut gemacht. Ich will gleich noch wissen, was du als nächstes machen willst, aber vorher würde ich gerne noch wissen, was ist für dich Schönheit? Wie definierst du Schönheit? Schönheit ist eine blühende Rose zum Beispiel, aber Schönheit kann man nur wahrnehmen, wenn man sich auch auf sie einlässt und Zeit nimmt und das macht heute keiner mehr. Also, in dem Moment, wenn ich diese Rose, die Schönheit wahrnehmen möchte, dann muss ich alles ausschalten, dann muss ich im Moment nur für die Rose da sein, nicht Handy, nicht andere Gedanken. Ich muss sie mit allen Sinnen, mit den Augen, mit dem Geruch vielleicht auch noch greifen, wahrnehmen. Und dann kann ich die Schönheit wahrnehmen. Und da heute die Menschen oberflächlich sind und nicht mehr zuhören, gibt es auch kaum noch Schönheit. Die Gebäude, wenn man schaut, was man vor 150 Jahren noch für Gebäude gemacht hat und was man heute für Gebäude baut, von Schönheit kann da nicht die Rede sein. Weil das funktioniert alles? Nein, weil die Menschen keine Schönheit mehr wahrnehmen. Es gab Jahrhunderte, wo die Schönheit über alles verehrt wurde. Wenn man heute schaut in der Werbung, die meisten Modeln dürfen nicht so gepflegt sein, nicht so schön sein, weil man sagt damit, sonst treffen sie nicht kommerziell und treffen nicht die Masse der Menschen. Ich sehe das anders. Ich finde, Menschen möchten auch noch Schönheit sehen. Und ich habe ein großes Projekt ins Leben gerufen. Das habe ich Revolution genannt. Früher hat man immer Kaiserreiche gestürzt und hat alles gleich gemacht. Ich möchte dieses alles gleich machen wieder auf ein höheres Level setzen und Menschen wieder zu Prinzen und Königen und Kaisern machen. Den Menschen sagen, du bist großartig. Und auch alles, was ich schon gemacht habe, wieder machen, aber auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level und mit ganz viel hohem Anspruch, mit Eleganz, mit Klasse, mit, ja, so, dass man, wenn man ein Kleid anschaut, dass man eigentlich schon fast weinen muss, so schön, weil es so schön ist. Und auch nicht, um es zu verkaufen, sondern nur um der Schönheit willen. So habe ich ja auch begonnen. Wie Johann Wolfgang von Goethe sagte, es ist ein Vorrecht des Schönen, dass es nicht nützlich zu sein braucht. Wenn du an das denkst, was jetzt kommt, also du hast schon gesagt, du willst 100 werden und bist vielleicht… Ja, wunderbar, wunder wenigstens, ja. Aber bist vielleicht um die 50, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, maybe. Die einen sagen so, die anderen so. Und wie geht dein Traum weiter? Deine Vision, nicht dein Traum. Die geht jeden Tag weiter, also die geht so weiter, wie sie die letzten Jahre auch gegangen ist, nur auf einem anderen Level immer wieder. Aber wenn du jetzt deine Augen zumachst und daran denkst, jetzt in, wir haben erst den sechsjährigen gehabt, der zu Hause war und eine Vision entwickelt hat. Und wenn du jetzt daran denkst, du bist dann irgendwann in 40 Jahren, ist das dann so. Das denke ich nicht, weil 40 Jahre sind nicht da. Wenn ich im Moment denke, dann habe ich ein wunderschönes, wunderschöne Villa mit einem Barongenpark. Ich habe ein Penthouse, dem ist wieder in Berlin. Es gibt einen Privatchat, der meinen Namen trägt. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich fliege um die ganze Welt. Ich werde betüttelt und verehrt und bewundert und wunderbar. Ich lebe jetzt. Was soll ich mir Gedanken machen wie in 40 Jahren? Ich habe jetzt. Leute, lebt jetzt. Lebt nicht gestern, lebt nicht morgen. Jetzt ist der Moment. Nur jetzt. Nur jetzt. Morgen ist noch nicht da und gestern ist tot. Jetzt hast du von materiellen Dingen gesprochen. Was sind die inneren Dinge? Was für materiellen Dinge? Du hast von einem Jet gesprochen? Ich habe ganz viel. Ich habe jetzt drei Stunden von inneren Dingen gesprochen. Von Engeln, von Buddha. Nein. Nein, aber für mich ist es zum Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich würde an manchen Stellen gern mutiger sein. Ich bin mutiger ohne Ende. Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Assistent Löwe. Wie mutig soll ich noch sein? Was bist du vom Sternzeichen? Zwilling. Ich bin Skorpion. Das heißt, auch da, das muss ja nicht Mut sein, aber für dich ist, du hast nicht so viele Menschen. Ich bin in den Dschungel gegangen, weil ich so ein paar Ängste aus der Kindheit hatte. Wenn man so eine Kindheit hat, hat man natürlich Ängste. Ich hatte da so eine metallene Dose irgendwo vergraben mit den Ängsten drin und die sind aber immer noch da gewesen und mich blockiert. Dann habe ich mir gedacht, wenn du in den Dschungel gehst und wenn du vielleicht eine andere Angst überwindest, dann kannst du auch die Kindheitsängste lösen. Das hat auch funktioniert. So, ich habe eine fürchterliche Höhenangst und fürchte und bin ich schwindelfrei. Ich kam an, die erste Übung war, 40 Meter in die Schlucht ging es runter. Ich musste auf solche Bälle springen und von einem auf den anderen und die zusammenbinden. Dann musste ich mich da hoch, als kann man im Internet anschauen. Dann habe ich das gemacht. Ich stand da, habe das angeschaut und dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du hier auch nicht losen, also machst du das jetzt. Ich bin total mutig. Ich beschließe etwas. Ich diskutiere nicht mit mir. Wenn ich sage, es wird gemacht, wird es gemacht. Ende aus. Und du konntest durch diese Angst, die du da überwunden hast, auch andere Ängste überwinden, ja. Wie spannend. Ja, das ist aber doch verständlich. Wenn du eine Angst überwindest, überwindest du auch die andere. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das war mein Plan, da habe ich drüber nachgedacht. Das heißt, du hast vorher beschlossen. Ja, natürlich, ich gehe da nicht blauäugig hin. Nein, das ist ja klar, aber du hast beschlossen, du hast den Umweg genommen über die andere Angst. Ja, weil die andere hätte ich sonst nicht in den Griff gekriegt. Aber ich hatte, dass ich es überwunden habe, habe ich festgestellt, ich konnte zum Beispiel nie in einem Wolkenkratzer, muss ich immer so einen Meter vom Fenster wegbleiben, weil sonst ging es da runter. Ja, ich war jetzt im 60. Stock in Dubai, ich hätte da auf der Balustrade gehen können, ja. Also das habe ich gut hingekriegt da mit der Nummer. Wie kann ich mir einen Tag von dir vorstellen? Das ist auch so eine Frage. Es gibt nicht einen Tag von mir, aber, weil es ist ja immer anders, aber in der Regel stehe ich… Nein, Moment, Moment, dann nehmen wir einen Tag, es gibt ja so, ein Freund von mir nennt es den Extratag, also der Extratag, wo man sagt, das war heute ein Tag, das war richtig extra. Nein, es gibt so, ich habe nur Extratage. Of course. Also in der Regel stehe ich um 6 Uhr auf, manchmal auch um 5 Uhr, 13, manchmal auch um 7 Uhr und dann gehe ich erstmal mit dem Hund 40 Minuten, ja. Über den Zähnen geputzt, Gesicht gewaschen, erstmal Wasser getrunken, dann gehe ich mit dem Hund, freut er sich, dann kommt er zurück, dann kriegt er sein Fressen, ich trinke einen Kaffee, ich mache 16, 8, ich esse 16 Stunden nichts, also bei mir gibt es erst mittags was. Was isst du? Das kommt drauf an, das ist unterschiedlich, aber ich versuche schon ein bisschen bewusst zu essen und nenne ich alles, sonst würde ich nicht so aussehen. Bewusst für dich oder bewusst für die Umwelt? Naja, bewusst für mich, das interessiert mich die Umwelt. Für die Umwelt ist es höchstens interessant, wie ich aussehe, aber… Aber guckst du zum Beispiel danach, dass das Obst irgendwie aus guten Händen kommt oder… Ja, aber wenn da Bio draufsteht, dann weißt du ja noch nicht, ob es von guten Händen kommt und ob der… Aber kümmerst du dich um sowas? Ich kaufe, aber dann weißt du immer noch nicht, ob der Bioanbau nicht direkt an der Straße, an der Straßenbahn war, das weiß er da immer noch nicht, ja. Also, wenn ich auf dem Land bin, dann kann ich das von den Bauern holen, dann weiß ich, dass hier in der Stadt wird es ein bisschen schwieriger. Okay, und wenn du dann bei den Bauern… Aber ich bin schon sehr bewusst und ich kümmere mich und ich kaufe eigentlich nur Bio-Produkte und bin da sehr bewusst, ja. Okay, also du isst Mittag, wie geht es dann weiter? Ja, ich arbeite, 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 jeden Tag was anderes, das ist unterschiedlich, meistens an 100 Projekten gleichzeitig. Das geht ratsch, 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 alles am Handy und Telefonate hier mit Schneiderin, mit Agentin, mit Buchverlag, mit… Ja, und dann ist irgendwann Abend, morgens um sechs, also bis sechs Uhr, ich fange dann, was weiß ich, komme dann zurück, dann mache ich von mir raus Büro, dann habe ich einen Termin jetzt hier mit dir, dann gehe ich zurück, dann mache ich nochmal Büro, dann habe ich vielleicht nochmal einen Termin. An manchen Tagen habe ich auch durchgetakte Termine, sehr oft auch, ich habe auch im Moment gerade 32 Drehtage mit einem TV-Team, wo wir viel drehen. Ich fliege jetzt nach New York, ich war in Dubai, ich war in Wien, ich war in Usedom, ich war… ja, also… ja. Ja, und den Moment, wenn du da… also gibt es für dich einen Unterschied, das eine ist ja Managen, Organisieren, also am Handy sein, die Agentin ruft an, hat ein Buchdeal, da gibt es einen Termin für einen Dreh und so weiter, das ist ja alles Managen und das andere ist ja am weißen Blatt Papier sitzen und sagen, ich entwerfe jetzt etwas. Nein, da habe ich gar keine Zeit dafür, ich muss da nicht sitzen und entwerfen, ich rufe meine Schneiderin an, ich habe so viel, manchmal zeichne ich was oder ich sage, wir haben zehntausende von Entwürfen, die ich gemacht habe oder ich sage von Gleit Rom, wir nehmen von Gleit Rom das Oberteil und das Unterteil von Gleit Athen und die Ärmel von Gleit Y und das machen wir dem in dem Stoff und dem in der und der Größe. Aber du sitzt nicht da und malst das irgendwo hin? Nein, im wenigsten, nein, das ist, muss doch nicht, wenn es auch so geht, brauchen wir doch nicht malen. Das heißt, du hast gute Menschen, die das gut übersetzen können, was du sagst? Naja, ich arbeite mit denen teilweise 20 Jahre zusammen, dann sollten sie es schon wissen, ja. Das finde ich gut. Wie sieht dein Abend aus? Gehe ich essen, mit meinem Hund oder mit Freunden oder ja, unterschiedlich in verschiedenen Lokalen und danach arbeite ich oft noch ein bisschen und um 12 Uhr schlafe ich dann irgendwann. In welchen Momenten bist du allein? Ich bin nicht allein, ich habe meinen Hund oder meinen Mann dann oder ich bin auch mit mir nicht allein, ich bin ein Zwilling. Ah, das stimmt. Ja, eben. Und könntest du aber allein sein? Ja, ich liebe es allein zu sein. Ich liebe es, ich könnte ganz, ganz viel allein sein. Und warum bist du es nicht? Weil es sich nicht ergibt. Ja. Nein, ist so. Aber man kann es doch sich aus, also der Prinz. Nein, man kann es nicht, wenn man so viel machen will, kann man es nicht. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu, ich stelle immer in meinem Podcast drei Fragen fürs Ende und wenn du Lust hast, würde ich die dir noch stellen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Nichts, ich kann im Moment gerade, ich bin gerade in der Phase, ich kann im Moment eigentlich alles so ganz gut. Das, was ich nicht gut konnte, zum Beispiel geduldig sein, kann ich alles inzwischen. Also es gibt im Moment nichts auf der To-Do-Liste, was ich lernen möchte, was ich nicht so gut kann. Weil es gibt natürlich Dinge, die ich gar nicht kann, die fange ich aber auch nicht an. Was möchtest du? Also Auto reparieren zum Beispiel, ja. Ja gut. Also geduldig sein, das wolltest du? Also du hast, das bin ich inzwischen, ja. Und wie hast du das gelernt? Ja, indem man sich mäßigt und geduldig ist, ja. That's it, okay. Was möchtest du gewesen sein? Was ich gewesen sein möchte? Gar nichts, ich möchte sein, ich möchte nicht gewesen sein. gewesen sein, das versuche ich dir jetzt schon eine Weile beizubringen, dass die Vergangenheit, ich möchte sein. Ja. Denkst du, also als jemand, der Kontakte zu Engeln hat, denkst du über das, was nach dem Tod kommt? Nein, nein, das werde ich dann schon noch sehen, was dann kommt. Muss ich jetzt nicht drüber nach. Ich lebe im Jetzt. Verstehe ich. Wie oft muss ich das jetzt erzählen? Ich lebe im Jetzt. Weißt du, warum ich das nicht verstehe? Also ich glaube, ich habe mich gerade, du hast es gesagt, ich glaube, ich kriege es noch nicht zusammen. Mit dem, mit dem Vision haben. Weil Visionen sind für mich auch etwas zu erschaffen, was einmal ist. Und bei mir ist jetzt aus diesem Gespräch ganz doll, der, der, der. Die Vision erschaffe ich ja aber schon seit sechs Jahren. Und in dem Moment, wo ich sie erschaffen habe, hatte ich ein klares Bild. Und es war mir schon damals klar, in dem Moment war sie schon da. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. In dem Moment, wo ich sie erschaffen hatte, war sie auch da. Und ich habe sie ausgemalt. Und sie war präsent. Und ich wusste, sie wird eintreten. Und nun ist sie eingetreten. Sie ist da. Und ich erlebe sie jeden Tag, jeden Moment. Aber ich erlebe sie nicht in Zukunft. Ich erlebe sie jetzt. Und es ist unerheblich, wie die Vision morgen aussieht. Denn ich erlebe sie doch jetzt heute. Das Einzige, was wir haben, ist heute. Und hier und jetzt. Und die letzte Frage. Vielen Dank. Ich habe eine große Plakatwahn am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was für alle drauf zu lesen ist. Was schreibst du drauf? Ich glaube, ich würde gar nichts draufschreiben. Ich würde die ganz schwarz lassen. Weil das den Menschen mal ganz gut tut. Dass sie mal ins Nichts schauen, in die Leere. Und nicht immer irgendwas lesen. Was nützt das, wenn sie es lesen und dann sowieso nicht verwirklichen oder nicht verinnerlichen. Und wir werden zugemüllt mit Plakatwänden. Es gibt so viel zu lesen, dass es erquickend wäre, einfach mal gar nichts zu sehen. Einfach dieses unendliche Tiefe. Ich habe ein Gemälde gemacht, ein Tryptisch. Und links, ein ganz buntes Bild rechts. Und in der Mitte ist alles nur schwarz. Und das ist ganz faszinierend. Die Leute laufen drauf zu. Und sie gehen ins Endlose. Das Nichts, einfach auch das gar nichts. Mal auf eine Wand zu nutzen und gar nichts drauf zu machen. Das fände ich sehr schön. Und das wäre für dich okay, wenn auch nicht dein Name draufsteht? Gar nichts? Nein, nichts. Es ist einfach nur schwarz. Ja. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es hat mich total gefreut. Ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr genervt mit den immer wieder gleichen Fragen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dich ein bisschen besser kennengelernt habe. Alles gut. Nee, mich nervt nichts sowieso. Das stimmt natürlich. Ja. Ja. Ich wünsche mir nur, dass du es, also nicht, dass du nicht intelligent genug wirst, aber dass du es begreifst und verinnerlichst und dass du es nachvollziehen kannst. Aber es nervt mich nicht. Also das ist, warum auch, es liegt an dir. Das haben wir heute auf jeden Fall mitbekommen. Wenn jemand jetzt, was weiß ich und was eigentlich selten vorkommt, sagen würde, Herr Glöckler, ich weiß, sie nerven mich, würde ich sagen, ja, das ist aber ihr Problem. Das stimmt. Das stimmt. Was hast du gedacht heute, was hier passiert? Nichts. Ich denke nicht dem Vorrat. Ich lebe immer im Jetzt. Ich mache mir keine Gedanken. Du bist wirklich ein Zen-Buddhist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das war er. Das war er. Der 200. Gast. Harald Glöckler. Das ist, ich sitze hier im Hotelzimmer und das fühlt sich an, als wäre hier gerade so ein richtig krasser D-Zug durchgedüst und ich gucke jetzt so hinterher und winke noch mal so dem Glitzeranzug hinterher. Ja, boah, ich bin echt platt. Ich bin wirklich auch ein bisschen sprachlos gewesen während des Gesprächs, habt ihr gemerkt und jetzt auch. Ich bin mir richtig so, boah, was war das? Das war wirklich eine Erscheinung für mich. Also ganz unabhängig davon, dass ich nicht vorbereitet war und dass das eine große Überraschung für mich war, aber dieser Mensch ist wirklich eine Erscheinung. Der hat mich, ja, der hat mich platt gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist gelungen. Also das ist auf jeden Fall gelungen. Das hat natürlich auch schon mit der Überraschung zu tun, aber auf jeden Fall mit dieser wirklich einzigartigen Person. Selten jemanden getroffen, der so einzigartig ist wie Harald Glöckler. Sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Und ich bin total gespannt jetzt, mich mit diesem Menschen noch mehr zu beschäftigen und herauszufinden, was ich da jetzt alles übersehen habe. Aber ich glaube, da habe ich schon sehr, sehr viel übersehen. Ich hatte so das Gefühl, dass ich ihm trotzdem so ein bisschen näher kommen konnte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und ich weiß auch nicht, wie er das sieht. Aber es war was sehr, sehr Besonderes, ihn zu treffen. Und ich wäre nicht darauf gekommen, dass er es ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Paul, an Lena und an Maxi, die hier meine Engel waren und das möglich gemacht haben. Ich bin total gespannt, jetzt gleich mal alle anzurufen und zu fragen, was war da eigentlich los? Wie ist das zustande gekommen? Wer wäre da noch da gewesen? Und so weiter. Also ich bin total gespannt zu erfahren, was hier noch, was hier hinter den Kulissen passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einiges passiert. Also der kam ja auch rein, hatte mir auch Kuchen mitgebracht und so weiter. Also ja, also vielen, vielen herzlichen Dank, ihr drei Engel. Eine Bitte habe ich zu dieser Folge. Wenn ihr diese Folge hört und genauso überrascht seid wie ich, weil ich will es am Anfang nicht bekannt geben, und wer hier mein Gast ist, behaltet es gerne noch ein bisschen für euch. Kommentiert gern, sagt gern, krasser Gast, Wahnsinn. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht sagt ihr auch, das ist ja alles total bescheuert, Matze. Super Gast, aber der Gastgeber, meine Güte. Aber bitte nennt den Namen nicht, weil ich finde es schön, wenn wir uns alle so ein bisschen überraschen. Und dann möchte ich nochmal Danke sagen. Für mich ist das Hotel Matze ein Dreiklang aus Gast, Gastgeber und Zuhörende. Und nur daraus entsteht das hier. Und ich kann mir kein, also das, was ich jetzt in den letzten anderthalb, zwei Stunden hier erlebt habe, also das ist ein wahnsinniges Geschenk. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Sowieso herzlichen Dank an die ganzen Engel, die hier sonst auch immer mitwerkeln. Also Lisa gehört da noch dazu, da gehört Vic dazu, da gehört Zora dazu, da gehören die ganzen Mitvergnügengängen dazu, Torben, Anni. Meine Frau Stefanie gehört dazu, mein Sohn gehört dazu, mein Hund gehört dazu. Also es sind ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, mit denen ich im Austausch bin. Und aus dem entsteht das hier. Und ich freue mich, dass es das gibt. Und ich würde sagen, auch nach dieser 200. Folge spricht jetzt überhaupt nichts dagegen, damit weiterzumachen. Mein Freund Aki fragt immer, wie lange willst du das noch machen? Und ich sagte, ja, bis 1000, 1000 Folgen. Und wenn das dann durch ist, dann nochmal vielleicht 111, wenn es cool ist. Also das geht hier auf jeden Fall weiter und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe gerade, wie die letzten Tage, mein neues Buch fertig geschrieben und auch abgegeben, kommt im Herbst raus. Und ich habe da schon gemerkt, da habe ich mich mit den Folgen 100 bis 195 auseinandergesetzt. Und habe da schon gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zu den ersten 100. Und ich bin total gespannt, wohin die nächste Reise geht, wie sich das Hotel Matze weiterentwickelt. Und ich sage danke und lege mich jetzt hier einfach mal aufs Sofa, mache die Augen zu und stelle mir das mal so ein bisschen vor. So wie Harald Glöckler. Und dann ist es ja schon da. Schön, dass ihr dabei seid. Danke. Tschüss. Musik 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 Musik